Social Media-Site, Mastodon oder Blue Sky, wir haben im Slack die Links dahin gepostet und bitten hiermit freundlich um einen Retout-Boost-Verstärkung-Share, wie man es auch immer nennt. Ja, ich würde sogar so weit gehen und sagen, wir fordern freundlich einen Reboost. Nein, das ist jetzt ein bisschen, wir würden uns echt tierisch freuen, weil dann, ja, weil wenn hier, wenn hier, es ist schon wichtig, dass hier auch Leute live zuhören, sonst müssen wir ja keinen Livestream machen, ne, der hängt ja auch ein bisschen von der Rezeption an, ab, so. Das war jetzt keine Drohung. Aber ansonsten, nur zu. Haben wir dann auch keinen Bock mehr. Hast du, hast du, hast du unsere, unsere schönen neuen Icons gesehen? Warte mal, schön, neue Icons. Wir haben neue Icons, wo, wo haben wir neue Icons? Ja, die, die Sendung war gerade, war gerade mit einem neuen Ding angekündigt. Oh, der ist ein bisschen groß geworden. Ähm. Moment, 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 fit to screen. Bing. Da. Ah. Verstehst du? Hm. So, so. Oder. Vielleicht auch so einen. Dumm. Ja, sehr schön. Oder vielleicht, das war von der, nach, nach der letzten Sendung haben wir ja die, die Gesichter gemacht. Mhm. Und einen habe ich noch. Christian hat das einzig Wahre gemacht. Er hat sogar aus dem Stau heraus geboostet. Und, äh, ja, das ist ja mal, das ist ja mal gut. Mhm. Finde ich, finde ich gut. Aus dem Stau raus pusten. Ja, ja. So, ich mach doch einmal Nase putzen und dann können wir. Oh, mein Gott, bin ich heute groggy. Aber ich werde mich bestimmt irgendwie machen. Hast du wieder Sport gemacht oder so? Nee, einfach nur gearbeitet. Das ist so. War ein sehr erfolgreicher Tag, aber war auch so köpfchenanstrengend. Aber viel geschafft. So, ich packe gleich mal so diverse Links zu den Shownotern rein, damit das alles hier nachher auch noch irgendwie das hier. Nee, das ist das Falsche. Hallo. So. Und dann hätten wir da noch. Bin gleich soweit. 8, 4, 5. Ich bin gleich soweit. Genau, da kommt das hier. Und nach dem kommt noch. Oh, was ist denn jetzt los? Ich lege mir noch eine halbe Stunde hin. Brauchst du eine frische Luft heute oder was? Oh, schlimm. Hä? Was denn schlimm? Wenn man aufhört so zu arbeiten und der Körper plötzlich glaubt, er käme jetzt schon zur Ruhe. Das ist... Halt durch, Körper. Halt durch. Kannst du ja bald aufs Sofa. Ich, äh... Nee, wir haben ein paar geile Themen. Das muss unbedingt raus. Ja, wir haben vor allem ein Thema, wo ich, ich glaube, vier oder fünf Hinweise bekommen habe. Mhm. Und die kamen hier auf verschiedensten Kanälen rein. Ähm, ja, werden wir, werden wir besprechen. Affinity werden wir besprechen. So. Boost oder Saurus? Ja, finde ich auch. Genau so ist das. Boost oder Saurus. Boost oder euch nicht boosten, dann wird der Live-Feed einzeln abgedreht. Individuell. Individuell. Ich kann, ich kann da individuell, kann ich ausknipsen. Bei YouTube habe ich so eine Liste, da stehen die ganzen Namen und da mache ich hinten das Häkchen weg und dann kommt, ähm, kommt, ähm, was kommt denn dann? Das könnt ihr nur vermeiden, indem ihr uns so stark teilt, dass die ZuschauerInnen und ZuhörerInnen so zahlreich werden, dass Chris keine Lust mehr hat, diese individuelle Liste durchzugucken. Wenn, ne, ich kann die Leute dann, äh, weiterkicken auf einen Rigroll. Und dann müssen die anderthalb Stunden lang Rigroll hören. Das könnt ihr ja auch machen. Kannst auch dem Browser nicht mehr zumachen. Das YouTube, die YouTube-App kann nicht mehr zugemacht werden. Die poppt immer wieder hoch mit Rick Astley. Das wollt ihr doch nicht, oder? Wenn wir hier sagen, die heutige Folge wird euch präsentiert von, und dann spielen wir direkt Rickrolling rein. Wir sollten mal, oder? Okay. Happy Shooting, der anderthalbstündige Rickroll. Ja, ich fände das so witzig. Los, auf, zum April vielleicht. Mach mal. Auf geht's. Die heutige Folge wird euch präsentiert von Kloster Soundlab. Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Foto-Podcast. Never gonna give you up, never gonna let you down. Happy Shooting, der anderthalbstündige Rickroll. Heute mit folgenden Themen. Never gonna give you up. Super, super. Das ist so schön. Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris. Das passt sogar auf die Titelmusik. Ich glaube, ich muss mal Mesh-up mixen. Wahrscheinlich sind das die gleichen Akkorde oder so. Ah nein, wir sind, bevor ihr halt nicht da bleibt, stopp, stopp, nicht den Browser zu machen, nicht die YouTube-App zu machen oder euren Podcast-Player. Wir sind das Happy Shooting, der Foto-Podcast. Mal wieder jede Woche live über ganz tolle Themen. Heute brennt die Bude. Oh, das war das Falsche. Die Tafel wollte ich einblenden. Ja, also, wir sind's, Chris und Boris, und wir reden jetzt die nächsten, boah, weiß nicht, anderthalb Stunden vielleicht über Fotografie. Mal schauen, wie flott das heute geht. Ja, live sind wir am Dienstag, den 26. heute, oder ihr hört's dann später aus der Konserve. Wenn ihr live mitmachen wollt, hier mit Hinweisen, mit der netten Community nebenan, dann dürft ihr das auf unserem Slack im Kanal, dienstags 18 Uhr. Außerdem gibt's hier immer noch unseren Fragen-Kanal, happyshooting.de slash hallo. Und da könnt ihr Fragen, Anekdoten, Hinweise und sowas reintun. Heute sind, heute sind da drin mehrere Hinweise über Affinity gelandet. Ähm, kommt noch das Thema, kommt noch. Das ist natürlich ein Thema, was uns auch interessiert. Nein. Äh, nur so ein bisschen. Ich hab Angst. Ähm, dann, äh, werden wir da auf jeden Fall, werden wir uns nachher mal ein bisschen ausführlicher beschäftigen. Ansonsten haben wir ganz viele tolle Inputs und so weiter bekommen. Ähm, unter anderem, ja, das, das passt hier, nee, das passt, das kommt nachher, das kommt nachher. Erinnere mich da nachher dran an das Panini-Album. Das ist ja bei Hell's Feedback reinbekommen. Ich erinnere dich. Mhm. Ähm. Und dann kam die Frage, hätte mit Fotografie gar nichts zu tun? Aber wir haben ja unsere Helfen-Elfen, die uns hier immer wieder mit den Shownotes und so weiter helfen. Und, ähm, die haben in dir, also wenn ihr in die Shownotes unten reinschaut, da sind ja immer die Links zu deren Website, Social Media, Bildern, was auch immer, drin, ne? Das ist ja einer der, einer der Perks, die man hier kriegt, wenn man hilft, dass man sich auch in die Shownotes packen darf. Und, ähm, da fragt jetzt Bernhard nach, kann es sein, dass David mit E, siehe Helfen-Elfen in den Shownotes eigentlich David heißen müsste? Fragezeichen. Grüße Bernhard. Ah, das musst du David fragen. Ich, der schreibt sich da ja selber rein, also insofern wird das schon seine Richtigkeit haben. Ganz genau. Genau. Dann haben wir noch ein Thema, wir müssen noch, wir müssen... Erst hat Rolf gepennt und dann haben wir gepennt. Ach. Deshalb jetzt mit etwas Verspätung Arsch auf meinen Rolf. Hey Boris, hey Chris. Es tut mir wirklich leid, aber euer Timekeeper hat was deftig verschlafen. Ihr habt in der ersten Sendung des Jahres 2024 Schoko TARDIS 50 Tage Happy Shooting vollgemacht. Ausschlaggebend sind die reinen Audio-Folgen ohne Pre-Show, ohne Post-Show, ohne diverse YouTube-Video-Inhalte, ab Spielgeschwindigkeit einfach, keine Zeit-Dilatation. Dazu natürlich erstmal herzlichen Glückwunsch einerseits und herzlichen Dank andererseits. 3, 2, 50. Happy Shooting. Ich find's sehr schön, wie der Sternchen mit eingebunden hat. Sehr schön. Ja, so wie Medikamentenwerbung. Also Rolf hatte das irgendwie ein bisschen spät gebracht und dann lag's irgendwo hier in der Inbox und auch schon wieder seit Februar oder so. Ja. 50 Tage. Hey Kyle. Wie viel? 50? Wie 50? Ja, Tage. 50 Tage. Happy Shooting. Happy Shooting. Zum Hören. Ja. Rund um die Uhr. Rund um die Uhr. Rund um die Uhr. Das kann nicht sein. Mir wird gerade mitgeteilt, dass der Einspieler leise sei. Jetzt nicht mehr. Ich bin schuld. Nachher in der Konserve hört man das eh nicht. Wie kann's denn sein, dass du steuerst, wie laut der Einspieler ist? Na, ich steuer, wie laut du bist. Achso, dann bin ich aber auch leiser. Weißt du? Ja, jetzt nicht mehr. Aber für die Konserve hat das ja auch vor Nick gefixt. Alles gut. Warum sagen die dann, der Einspieler ist leise und nicht Boris ist leise? Ich fühle mich diskriminiert. Die sind ganz froh, dass du mal nicht so laut bist. Hauptsache die Einspieler. Ja, ja, ja. Ich merke mir das. Merk dir das mal. Ja, wir haben News. News, News. Wie gesagt, das kann man, finde ich, die Thema kommt nachher. Ja, ja. Also das ist eigentlich ein News-Thema, aber das ist ein bisschen umfangreicher. Deshalb haben wir das ein bisschen weiter in die Mitte der Sendung gelegt. Aber es gibt zwei kleine News. Genau. Einmal von Nikon. Da gibt es nämlich ein Firmware-Update für die Nikon Z6 II und die Z7 II, habe ich gesehen. Und zwar werden da Fehler behoben. Und zwar sowohl die Z6 II als auch die Z7 II hatten wohl das Problem, dass manchmal das Fokusfeld beim tippen auf den Monitor nicht an die ausgewählte Position verschoben wird. Also wenn ihr das Problem schon mal hattet, Fokuspunkt setzen durch tippen aufs Display, dass das irgendwie nicht so richtig klappt. Versucht mal, die aktuelle Firmware jetzt die 1.62, so ohne den zweiten Punkt, 1.62. Und manchmal, steht hier geschrieben, benötigte die Kamera zwischen den Aufnahmen etwas Zeit, wenn Camera Control Pro 2 zum Aufnehmen der Fotos verwendet wurde. Also wenn die Kamera ferngesteuert wurde über die App, dann war es langsamer, als es hätte sein sollen. Also schlicht einfach ein paar kleine Optimierungen. Genau, wahrscheinlich Fehlerbehebungen ganz einfach. Und in die gleiche Kerbe schlägt dann auch Sony, die macht nämlich auch Bugfixing. Und zwar gleich für vier Kameras, nämlich für die A7R5, die A7CR, die A7C2 und die ZVE1. Ich finde das hier so geil, bei Fotografixmagazin.de, wo wir hier die Webpage dazu haben, steht halt das Überschrift oben drüber, Kameras sollen seltener abstürzen. Korrekt. Was zum Fick? Ja, also die Sonis. Kameras sollen überhaupt nicht abstürzen. Ja, das wäre das Optimalste. Nicht nur seltener? Das ist halt schon auch ein Computer inzwischen und demzufolge gibt es natürlich auch Bugs. Die sollten nicht passieren, aber sie passieren. Aber ein Absturz bei einer... Und so, wo hat Sony jetzt Fehler behoben an diesen vier Kameras? Nämlich ein unbeabsichtigtes Neustarten der Kamera, wenn während der Filmaufnahme viele Gesichter gleichzeitig erkannt wurden. Da gab es wahrscheinlich einfach einen Stake-Overflow, sage ich jetzt mal. Ja, 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 Scheiß-KI, sage ich dir. Ja, kann passieren. Dann wurde der Timecode nach einem Neustart nicht immer beibehalten. Was auch immer. Dann soll es bestimmte benutzerdefinierte Tastaturbelegen oder Tastenbelegungen geben, die zum Neustart geführt haben. Also wahrscheinlich eine, wenn du bestimmte Kombinationen von Funktionen auf bestimmte Buttons gelegt hast, dann konnte es zum Absturz kommen. Also das wirklich, das sind ganz, ganz klassische Bugfix, sage ich jetzt mal so aus der Sicht eines Entwicklers. Und optimiert wurde dann die Belichtungsstabilität bei Verwendung der erweiterten ISO-Werte während Filmaufnahmen. Da weiß ich jetzt nicht, was das konkrete Problem war, aber wenn ihr im High-ISO-Bereich Video gemacht habt mit den Sony-Kameras und habt da irgendwelche Probleme bemerkt, könnte das der fix sein. Also diese vier genannten Kameras, weil es so schön ist. Die A7R5, ich wollte schon V sagen, die A7R, aber ich lese mal die Buchstaben. Die A7RV, die A7CR, die A7CI und die ZV-E1. Es ist so herrlich. Ich bin immer, also ich kann mich jetzt an vielleicht zwei- oder dreimal erinnern, dass mir irgendeine Canon-Kamera mal irgendwann gestürzt wäre. Ja, ganz Anfang, aber so, dass man so richtig, dass man die richtig neu anmachen musste mit Batterie rausnehmen und so. Also das ist mir, das kann ich an einer Hand abzählen. Ja, R99 halt mit der CF-Karte. Da gab es dann, glaube ich, auch einen Firmware-Fix und es trat auch nicht mit allen Karten auf. Nee, das war nicht nur R99. Also ich hatte auch schon tatsächlich Abstürze, aber wirklich so richtig, ähm, ja. Der Uwe sagt, Absturz bei vielen Gesichtern, Agoraphobie. Ja, also vielleicht hat die Kamera einfach Angst vor so vielen Menschen. Ja, wirklich. Geht nicht gerne unter Leute und dann zuckt die so ein bisschen und dann glitscht die halt weg. Ja. Hat jetzt vielleicht eine virtuelle Augenklappe bekommen. Scheuklappen. Ja, ich weiß ja zum Beispiel auch nicht, was der Bugfix jetzt ist. Also erkennt sie dann einfach nicht mehr so viele Gesichter? Sie erkennt einfach nur noch drei Gesichter und das reicht jetzt auch. Weißt du, so eine Gruppe muss ja eh nicht alles scharf sein. Also wie geht sie denn damit um? Keine Ahnung. Aber es gibt ein Firmware-Update, ähm, ist doch schön, wenn die Fehler dann noch berufen werden. Ich hatte mal bei meinem damaligen Arbeitgeber HP, da gab es so einen Druckertreiber, die haben auch Drucker gemacht. Und, äh, da gab es einen Fehler, wo, wenn du, wenn du bestimmte Zeichenfolge gedruckt hast, dann ist der Druckertreiber abgestürzt. Das ist klassische Bug. Diese fünf Zeichen in der richtigen Reihenfolge kommen und dann, also Bugs sind manchmal schon richtig, gemein. Und vor allem auch schwer zu finden, ne? Ja, ja. Und ja, eine Kamerafirma mit dem, was heute alles drin ist, mit dem ganzen Computational-Zeug und so, äh, natürlich sind die hochkomplex. Klar. Ich könnte jetzt auch Anekdoten erzählen, wie Microsoft in der Cloud, wenn du irgendwelche Pakete hochlädst und du sagst, welche Paketnummer es ist, nicht damit klarkommt, wenn du eine Paketnummer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und dann eine 10 hast, weil die dann plötzlich zweistellig ist. Das heißt, du solltest dann schon anfangen mit 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 2, 0, es ist ein großer Spaß. Software-Entwicklung, ja. Na gut, lass uns wieder zur Fotografie zurückkommen, zu Objektiven. Oh ja, und zwar ein Objektiv, ähm, was so ein bisschen in mein Beuteschema fällt, also ich mag ja durchaus Festbrennweiten, ich bin zwar inzwischen sehr verliebt in meine beiden Zoom-Objektive, aber ich mag zum Beispiel auch gerne diese 50mm, die hab ich immer, äh, an der 5D gerne benutzt, das, äh, 50, 1, 8. Also ich, 50er am Vollformat, es geht nichts drüber, also es ist... Genau, auch Vollformat bezogen, ganz genau. Essentiell. Und, ähm, Sigma hat jetzt einen 50mm rausgebracht mit Offenblende 1.2 aus der DGDN Art Serie und das ist natürlich schon mal per se eine sehr, sehr schöne Kombination, wie ich finde, also sowohl für Porträt als auch für Reportage, äh, sehr schönes Ding. Aber bei Sigma hätte ich jetzt halt gedacht, oh, das wird aber wieder ein Klopper werden. Wir kennen so die alten Sigma-Objektive, die lichtstarken, die, ähm, die 1.4er, äh, wo wir dann schon alle spekuliert haben, das bestimmt so ein Monster 1.2er, was sie intern abgeblendet haben und solche Späße. Aber Sigma überrascht hier, denn sie bringen das leichteste 50.1.2 für Vollformat raus. Es hat nämlich schlanke 745 Gramm. Ach, das ist für ein 1.2 jetzt nicht so viel. Das ist echt wenig, also... Ich meine, das kann sich nicht messen mit dem Joghurtbecher, aber... Das hat aber auch nur 1.8, also das darfst du eh nicht vergleichen. Zwei Blendenstufen, was soll das schon? Ähm, Sony hat ja auch ein relativ leichtes und kompaktes 50.1.2, das GM, und das wiegt 785 Gramm, also 40 Gramm mehr. Das heißt, der Sigma ist nochmal einen Tacken leichter, hat 13 Blendenlamellen und den ersten Test soll es wohl schon auch gezeigt haben, dass das Bokeh eben auch abgeblendet sehr schön aussehen soll. Ähm, also abgerundete Blendenlamellen natürlich. Es hat auch einen Blendenring, dass du also manuell die Blende verstellen kannst und da kannst du entweder fotografisch einstellen, dass du Drittelklicks hast, oder du stellst die Klicks aus und hast eine stufenlose Blende für Videogeschichten. Ähm, Durchmesser 81 mm, das ist auch sehr schlank für einen 50.1.2 mit 109 mm Länge, das ist eher Standard für solche Objektive. Ähm, 72 mm Filtergewinde, das ist auch echt schlank, ähm, ganz angenehm. Dann gibt es einen, sie schreiben Dual HLA-Antrieb, also den Autofokusmotor, sind offensichtlich zwei Linearmotoren drinne. Und das soll tatsächlich einen schnellen und präzisen Autofokus ermöglichen. Da werden also unabhängig voneinander zwei Linsengruppen bewegt, wie das auch in vieleren modernen Zooms aktuell der Fall ist, die dann wirklich sehr, sehr schnell fokussieren können. Da darf man gespannt sein, weil Sigma stach bisher nicht unbedingt durch schnellen Autofokus hervor. Ähm, aber das klingt hier tatsächlich sehr, sehr gut. Eine Naheinstellgrenze haben wir von 40 cm, das ist auch eher üblich. Ähm, das Focus Breathing, also gerade Videografen und Videografinnen werden sich freuen, das Focus Breathing ist minimiert. Ist wahrscheinlich nicht komplett auf Null, aber soll deutlich minimiert sein. Vielleicht hat auch das mit den zwei beweglichen Linsengruppen zu tun, dass man damit solche Späße machen kann. Und es ist halt für Vollformat gerechnet und verfügbar mit L-Mount und mit E-Mount, also eben für Leica Panasonic Sigma und eben für Sony. Streulicht ist inklusive, also Streulicht sowieso, aber die Streulichtblende eben auch. Du kriegst gratis Streulicht. Du kriegst gratis Streulicht, ja. Ist immer wieder schön. Und die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 1500 Euro. Das dürfte sich dann am Markt schnell noch ein bisschen weiter reduzieren, denke ich. Und ich musste, als ich das gelesen habe, ja, es hat schon ein bisschen gejuckt. Ich finde das wirklich eine sehr, sehr feine Linse, feines Objektiv. Und ich finde es jetzt wieder mal schade, dass Canon sich nach wie vor noch nicht geöffnet hat für den Drittanbietermarkt. Denn mal zum Vergleich, bei Canon gibt es auch einen 50.1.2 mit USM, also leise und schnell. Das ist aber deutlich größer. Da hast du ein Filtergewinde von 77 Millimeter. Das Ding ist 9 Zentimeter dick statt 8. Also noch deutlich wuchtiger. Hat nur 10 Lamellen. Wiegt fast ein Kilo mit 950 Gramm, also über 200 Gramm schwerer. Und hat eine UVP von 2650. Man kriegt zwar auch schon so für 2100 oder sowas, aber das ist immer noch eine ganz andere Preisregion. Und auch eine andere Gewichtsregion an dieser Stelle. Das wäre schon sehr, sehr interessant, was Sigma inzwischen wohl bauen könnte, wenn sie, also für Canon, wenn sie an den RF-Mount mit Autofokus dürften. Ich bin da wirklich sehr gespannt, was die Zukunft da bringen wird. Tja. Kommen wir jetzt zu einem Thema, was wir hier schon mal kurz angerissen hatten. Es geht um ein Foto von, naja, es geht um ein Foto von Prince. Um ein Foto von Prince. Das hat die Fotografin Lynn Goldsmith gemacht. 1981 für die Newsweek in den USA. Später hat dann Andy Warhol das Foto genommen, ohne irgendwas dafür zu bezahlen und hat das dann auf seine Art verfremdet für eine Vanity-Fair-Geschichte. Und dann wurde Goldsmith irgendwie erst 2016 darauf aufmerksam. Der Fall ist dann auch ziemlich hochgekocht. Da ging es um Thema Fair Use. Das ist ja so eine Klausel im amerikanischen Copyright, dass du quasi für gewisse Sachen Dinge verwenden darfst, aber nur in Ausschnitten und so weiter. Das ging dann tatsächlich bis zum obersten Gerichtshof der USA, also zum Supreme Court. Und der hat dann mit 7 zu 2 für Lynn Goldsmith entschieden. Er sagte, jopp, das … Das ist deutlich. Ja, leider hat sie keine Ansprüche wegen ihrer ursprünglichen Erstellung dieser Prince-Serie, weil das Ding verjährt ist nach dem Gesetz. Und ihr wurden jetzt 21.000 US-Dollar zugesprochen. Das sind ungefähr, ich glaube, 10.000 Dollar Strafe wegen Lizenzierung, die nicht bezahlt wurde und dann nochmal der Rest, irgendwie Gerichtskosten oder so. Aber sie hat weitaus mehr als das bezahlt. Also sie hat irgendwie ihr Haus verkaufen müssen, um sich diesen Prozess leisten zu können, um den quasi nicht zwischendurch aufgeben zu müssen. Und ja, also ist auf jeden Fall jetzt quasi zu einem Abschluss gekommen. Und das ist insofern interessant, weil es halt auf das Fair Use in den USA nochmal so ein interessantes Licht wirft. Also es ist nicht ohne dieses Urteil und das wird sich mit Sicherheit in Zukunft dort auswirken. Ob das zu uns rüber strahlt in irgendeiner Form, weiß ich nicht. Wir haben das Fair Use ja bei uns nicht in dem Sinne. Aber ja, die Kosten insgesamt für sie lagen bei ungefähr zweieinhalb Millionen US-Dollar übrigens. Ja. Nicht wahr? Schön, wenn man dann Recht bekommt, oder? Ja, sie hat dann irgendwie, das wurde dann noch so ein GoFundMe gestartet, da hat sie glaube ich 70.000 US-Dollar drüber eingesammelt. Aber das, also es ist sehr hoch anzurechnen, dass sie das bis ganz oben durchgekämpft hat, aber halt auch zu einem entsprechenden Preis. Aber das, ja, könnte jetzt möglicherweise interessant werden mit zukünftigen Entscheidungen. So, danach haben wir noch eins und zwar, erinnerst du dich an letzte Woche, wir hatten über Fuji geredet und die mit der … Jetzt sind wir noch mal die Hochdienste. Mit der X106 und der limitierten Auflage, ne? 300 Stück in den USA, 1934 Stück weltweit. Und da hatten wir dann auch noch drüber geredet, dass das ja auch eine Einladung ist für irgendwie Schwarzmarkt und so weiter. Und was sie denn da tun wollen, um dem entgegenzuwirken, na ja, sie haben nicht genug getan. Jeder nur ein Kreuz. Es ist tatsächlich so, dass, dass sie jetzt alle Bestellungen, diese limitierten Edition von letzter Woche untersuchen, weil es gab schon strenge Regeln, also nur eine Kamera pro Bestellung und so, damit eben kein Schwarzmarkt entsteht. Aber es gibt Gerüchte, dass Bots verwendet wurden, um einen Großteil der Kameras in den USA zu kaufen. Und Fuji untersucht das jetzt und plant, verdächtige Bestellungen zu stornieren. Also unbestätigtes Gerücht sagt, dass 92 Prozent der Bestellungen durch einen spezifischen Bot erfolgt sind. Ne, ne, das sind alles natürlich unterschiedliche Mitarbeitende in einem großen Gebäudekomplex, die alle Büro an Büro wohnen. Deswegen ist die Adresse sehr ähnlich und immer nur eine andere Büronummer, weil das sind natürlich alles unterschiedliche Menschen. Genau, ganz genau. Und dann werden sie, die übrig gebliebenen Kameras, die also danach irgendwie noch im Ding sind, werden sie dann immer ein Losverfahren verkaufen. Weil das mit dem, jetzt machen sie es aber, jetzt spielen sie den Hype aber auch zu Ende, ne? Ja, also ich hatte ja schon so meinen Verdacht geäußert, dass das möglicherweise nicht so gut vorbereitet sein könnte und so hat es sich halt jetzt auch ausgestellt. Ach, ich glaube, das ist alles ganz bewusst. Ich glaube, das, nee, das glaube ich jetzt nicht tatsächlich. Jeder Skandal ist wieder nochmal neu in die Presse. Ja, aber Fuji hat schon so viel aufmerksam für diese X100V. Wir haben jetzt schon dreimal darüber gesprochen. Ja, aber das braucht eine neue Kamera. Das brauchen die nicht. Die Leute stehen eh schon Schlange für diese Kamera. Ja, die ist eigentlich, ist die ausverkauft. Also eigentlich ist die ausverkauft insofern und die wird auch über das, über das nächste Jahr wird die wahrscheinlich nicht, ähm, ja, nicht unbedingt. Jetzt kaufe ich mal aus Trotz ne Leica, so. Ich mach mal gleich ein GoFundMe auf. Mach mal, damit der das irgendjemand bezahlt. Ah, Leicas für Boris nenne ich das. Plural, Vorsichtshalber. Man weiß ja nie. Leicas für Boris. So, kommen wir noch zum anderen Thema. Ist mir gerade vorhin noch reingeflattert, wo ich auch dachte, my oh my. Es geht um DJI und ein Produkt von denen. Ja. Das DJI-Doc 2. Okay. Was hat es damit auf sich? Es ist ein, sie nennen es Drone-in-a-Box-System. Mhm. Und das soll im Prinzip sowas wie autonome Drohnen beherbergen können. Also du hast eine Kiste, die kannst du mit zwei Leuten, kannst du die tragen. Und da drin ist so ein Landeplatz für eine Drohne. Entweder eine Matrix 3D oder eine 3TD-Drohne von denen. Das Ganze ist regentauglich, also mit IP55, glaube ich. Und das System ist vollautomatisiert für Vermessungen, Inspektionen, irgendwelche Anlagenüberprüfungen, Anlagenmanagement, Security-Anwendungen und so weiter. Und so wie es aussieht, Doc 2 ist das schon das zweite dieser Art. Also da gab es wohl auch schon einen Vorgänger, der war mir gar nicht bewusst. Das Interessante ist, du kannst das Ding da hinstellen und das braucht alle sechs Monate eine Wartung. Das heißt, du kannst deine Drohne quasi programmieren, dass die ihre Untersuchungen irgendwie macht, ihre Überprüfungen, ihre Wege abfliegt. Und die kann daraus 3D-Modelle erstellen. Also entweder ist das Fotogrammetrie oder irgendwie Nerf oder sowas und kann dann zwischen den Flügen gucken, ob sich was verändert hat und irgendwelche Kriterien quasi. Kann Wettermessungen machen, kann nach Hause funken und so weiter. Und das Ding wird dann quasi in diesem Dock drahtlos aufgeladen und fliegt dann so seine, hat dann auch noch einen Akku. Also in dieser Kiste, die musst du irgendwie mit dem Strom anschließen, aber da ist noch so ein Akku drin. Also wenn Stromausfall ist, dann kann das immer noch fünf Stunden weiterlaufen oder so. Dann kannst du wahrscheinlich Solarpannele dranhängen oder sowas. Ja, was weiß ich. Hat natürlich wegen der Autonomie so eine omnidirektionale Hindernesserkennung. Also fliegt nirgendwo dagegen, fliegt um Sachen drumherum, kann dann auch so Zeitrafferaufnahmen für eine Überwachung von Bauprojekten machen und solche Geschichten. Das ganze Ding wiegt so 30 Kilo ungefähr, 30, 40 Kilo, diese Kiste. Hat wie gesagt eine IP55-Zertifizierung, lädt drahtlos und die Drohne selber kann dann so 50 Minuten fliegen. Also kann dann so Gelände abfliegen und so weiter. Betriebsradius? Das ist relativ lang. Also so die kleinen Drohnen, die wir so kennen, so für den handelsüblichen fotografierenden Bereich oder Videodrohnenbereich, die fliegen so bei 20, 25 Minuten. Ach, die Akku sind ja auch besser. Dann hast du noch einen Betriebsradius bis zu 10 Kilometer, wie das dann rechtlich ist, keine Ahnung. Und Batterieleben ist da. Vielleicht hat die Box sehr gute Augen, weil du musst sie ja nur im Auge behalten. Wie gesagt, ob das bei Industrieanwendungen oder sowas. Ja, du wirst ja wahrscheinlich Genehmigungen dafür beantragen. Oder bei, was weiß ich, militärischen Anwendungen und so. Du kannst ja viele Sachen vorstellen. Klar. Also ich habe mal überlegt, was könntest du denn mit sowas tun? Also es gibt natürlich sowohl die utopische als auch die dystopische Seite. Also eine Sache kann ich dir aus meinem Beruf heraus sagen, und zwar Baustellenüberwachung. Da wird nämlich durchaus mit Drohnenaufnahmen, Fotogrammetrie betrieben, um halt ein Aufmaß des Geländes zu machen. Und das wird dann eben wiederholt, um eben Erdbewegungen und so weiter zu protokollieren und auch abzurechnen zum Beispiel. Naja, oder du machst tatsächlich von deiner Baustelle halt jeden Tag um die gleiche Zeit ein Stück Video. Und das kannst du hinterher zusammen packen und so weiter. Naja, also ich denke mal so Umweltschutzgeschichten, so Naturreservate überwachen, Früherkennung von Waldbrennen und so. Ja, Vogelschutzgebiete überwachen. Und mit der, könnte man zum Beispiel kleine Küken schreddern. Naja, aber stell dir mal so Artenschutz zum Beispiel oder auch Präzisionslandwirtschaft. Also Überschwemmungsgebiete. Überschwemmungsgebiete suchen, Rettungsmissionen. Kannst du damit natürlich auch in irgendeiner Form machen oder, was weiß ich, Windfarminspektionen. Bernd, guter Hinweis, Schäden am Material habe ich auch schon tatsächlich gesehen, zum Beispiel bei Brücken, Gebäuden. Masten etc. Dann fliegen die eben mit Drohnen das ab und wenn das automatisiert erfolgen kann, warum denn nicht? Genau, Forschung allgemein. Also stell dir einfach so schwer erreichbare Gebiete vor, wenn du Daten sammeln musst. Was weiß ich, Gletscherrückgang oder sonst was. Allgemein einfach so Infrastrukturüberwachung. Aber natürlich, so ein vollautomatisches System, was da rumfliegt, kannst du dir auch vorstellen, dass das in irgendeiner Form für Überwachung von Bevölkerung eingesetzt wird, mit militärischen Geschichten, Aufklärung. Wenn ich, wenn ich irgendwo illegale, was weiß ich, illegale Ressourcen abholzen würde oder sowas, dann würde ich mir sowas vielleicht hinstellen, um mich zu warnen, falls die. Ja, und umgekehrt. Falls die Uniformierte kommen oder so. Wirtschaftsspionage, noch so ein Thema. Die Konkurrenz im Blick behalten oder die Arbeiter auf der Baustelle überwachen, dass die ordentlich spuren und so. Naja, also es gibt sicher viele Anwendungsbereiche oder sowas. Solche und solche Anwendungen. Der Preis steht noch nicht fest. Das soll jetzt irgendwie Ende März, also jetzt dann irgendwann released werden, das Produkt. Und ich vermute, dass das so eines dieser Produkte ist, wo du wahrscheinlich Preis auf Anfrage irgendwie, ja. So, stell ich mir das vor. Ja, sehr schön. Es ist, es ist, ja, es ist interessant. Es ist sehr interessant. Schön spannend, wie sich das weiter, weiterentwickelt alles. Ja, nee, vor allem natürlich immer mehr KI in solchen Sachen drin. Also du hast einfach immer mehr Möglichkeiten, so Sachen dann auch immer autonomer zu betreiben, ne. Das ist schon durchaus eine sehr, eine sehr spannende Geschichte. Schön. Ja, und DJI ist halt ganz vorne an der Stelle, ne. Kann man nicht sagen. Ja, klar, die haben die Expertise da. Die sind halt tatsächlich, die, die lassen halt nichts aus. Also Innovationen kann man denen, kann man denen nicht abschreiben. Das stimmt. So, ich habe eine in eigener Sache. Jetzt nämlich die letzte Chance zur Anmeldung für den Kloster Soundlab Workshop. Das ist der einwöchige Audio-Podcast-Produktionsworkshop im Kloster Inzikofen. Der findet vom 30. September bis zum 5. Oktober statt. Und wir sind gerade an einem sehr entscheidenden Punkt, was das Thema angeht. Was Kloster möchte, nämlich mindestens acht Anmeldungen, damit dieser Workshop wie geplant stattfinden kann. Und die haben wir noch nicht. Das Ziel ist noch nicht erreicht. Und die Klosterleitung, ja, die sind sich noch so ein bisschen unsicher, ob dieser Workshop dann auch bis September irgendwie voll genug wird. Also acht Leute müssen es werden. Und deshalb sagen die es noch so bis Mitte April und dann wird aber entschieden, ob er stattfindet oder nicht. Also wer jetzt noch am Grübeln ist, ob er oder sie sich das mal antun sollte, sei es für Privat oder für ein Unternehmen. Jetzt mal ohne Quatsch. Ich selbst, ich höchstpersönlich würde mir das antun. Und ich habe schon Podcasts gemacht, aber ich weiß, dass der Chris da halt eine Expertise hat. Und von, ich mache mal schnell einen Podcast, in dem ich mit einem iPhone was aufnehme, in der richtigen Reihenfolge nochmal fünf Knöpfe drücke. Und dann erscheint alles automatisch auf dem Server und der Feed ist aktuell. Bis hin zu, ich mache hier Live-Video-Aufnahmen, Podcasts, Streaming mit fünf Leuten, die alle überall auf der Welt verteilt sitzen. Und das alles irgendwie in Sync und in Gut von der Qualität her. Und da sind halt eine von diesen Stufen dazwischen, die kann ich auch ganz gut, weil ich mal einen Podcast gemacht habe. Und das andere finde selbst ich spannend. Man sieht es hier in dieser Mindmap vielleicht so ein bisschen. Also die Technik, das ist natürlich Aufnahmetechnik, Mikrofone, Software, Hardware, Räume, Akustik und so. Das ist alles so, ja, der spielerische Teil, der, wo du tatsächlich vor dem Mikrofon sprichst, ne, wo das quasi da reinkommt. Aber es geht natürlich um Formate, es geht natürlich um Inhalte, Themen, Strukturen. Es geht um redaktionelle Arbeit drumherum, ne, wie bereite ich sowas auf, wie mache ich sowas, das auch wirklich funktioniert und spannend ist, damit die Leute, die zuhören, damit ich mein Ziel erreiche damit. Was immer das auch sein mag, ne, als Privatperson über ein Thema zu reden oder als Firma für irgendwas Werbung zu machen und so weiter. Und dann musst du das Ding natürlich irgendwie bereitstellen. Also das muss ja auch online landen. Kassade für Firmen finde ich es eben ganz, ganz interessant, weil unsere Firma hat auch einen Podcast laufen. Ich weiß gar nicht, ob der noch aktualisiert wird, muss ich direkt mal gucken. Da ist nämlich auch der Punkt, dass man sich ja eigentlich mit den Inhalten beschäftigen möchte. Und das mit dem Aufnehmen, das musst du schon lernen, dass das gut klingt. Und dann gibt es eben ein paar sehr, sehr einfache Tipps. Das ist gar nicht so schwierig, das gut klingen. Nee, aber man muss es halt einmal verstanden haben, worauf es ankommt. Und das ganze Technische drumherum, das muss man halt sich einmal drauf schaffen. Und ich, wie gesagt, also mich hatte das da fasziniert, was du da gemacht hattest mit diesem Abzug-FM, wo du dann sagtest, da drücke ich auf den Knopf und dann passiert das alles automatisch und alles kein großer Riss. Und das sind alles so Sachen, das muss man erst mal wissen. Und gerade ein Unternehmen möchte sich halt mit den Inhalten beschäftigen und nicht mit der ganzen Technik drumherum. Und hier auf diesem Workshop könntet ihr das lernen und die zu der Expertise in eurem Unternehmen aufstreben, dass dann mal das Marketing ganz nach vorne bringt. Ja, und weißt du, da gibt es ja natürlich noch Sonderthemen, wie das zum Beispiel, das ganze KI-Thema ist mittlerweile so zentral bei der Produktion geworden. Du kannst auch mit dem Smartphone professionell produzieren, ohne teure Mikrofone zu kaufen, Video-Podcasten und eben Remote-Produktionen und so. Also viele Themen, die echt spannend sind, die echt interessant sind. Und ich fände es echt schade, wenn der nicht stattfinden würde. Und das alles in einer Umgebung, die ist ja ein Kreativboost vor dem Herrn. Also wer das nicht kennt da in diesem Kloster, alleine das ist schon eine Reise wert. Und in der Umgebung wirklich mal störungsfrei, ablenkungsfrei, mit viel Spaß sich so einem Thema hingeben. Genau. Also lasst euch diese Chance nicht entgehen und sichert euch einen Platz. Meldet euch jetzt an. Es wäre wirklich schade, wenn es aus Mangel an Menschen und, ja, das Kloster hat halt, ne, die Klosterleitung, die hat halt noch nicht so viel Vertrauen in diesen Workshop, weil die Dinge nicht kennt. Das ist ganz einfach. Und ich, ich habe schon Feedback bekommen. Ich habe schon ein paar Leute direkt angeschrieben. Da kam dann Feedback, das, das war ungefähr so, ja, nee, finde ich total spannend, aber ich, ich werde sowas nur kurzfristig entscheiden. Also, meldet euch an, ihr könnt hinterher auch wieder stornieren, aber die brauchen halt ein paar Leute auf dem, auf dem Signal. Setzt, setzt ein Rauchzeichen für den Kloster Soundlab Workshop. Na gut, das ist so viel in eigener Sache. Doch damit nicht genug. Aber ich habe noch eine, heute mache ich nur eigene Sachen. Nee, der kurzes Buchupdate. Da gibt es nämlich schon wieder was Neues. Also, insgesamt sind mittlerweile 184 Bilder eingereicht worden. Wuhu! Yay! Das ist abgefahren, also, das ist völlig abgefahren. Es werden ja in dem Buch 32 Kapitel sein, jeweils in zwei Teile gesplittet, in diesen zahmen und wilden Teil, also 64 Unterkapitel quasi, die zu bebildern sind. Ähm, und von den 64 Unterkapiteln sind jetzt 25 schon geschrieben. Also, ich war fleißig und, äh, was hast du geschrieben? Die sind im zweiten Draft, da wird auch nochmal ein bisschen gefeilt, aber ... Ach, was hast du schon geschrieben? Das sind über 10.000 Wörter jetzt. Ähm, und ich muss sagen, die, die, die Tatsache, dass ich das hier quasi mit ein bisschen, so ein bisschen Öffentlichkeit mache, ähm, tut mir echt gut. Und, das habe ich ja gesagt, das treibt da noch ein bisschen an. So ein sanfter Druck im Nacken. Also, Ziel ist so, ich glaube, so 35.000 bis 40.000 Wörter werden es möglicherweise werden. Wird man dann noch sehen. Und pro Unterkapitel werden es, ähm, weil auf jeden Fall zwei Bilder werden. Das heißt, wir reden von mindestens 128 Bildern. 74 sind bereits in der engen Auswahl. Wer im Buchkanal auf dem Happy Shooting Slack ist, der hat schon einen Link bekommen über die, ähm, ja, wo man die, die Bilder in der engeren Auswahl anschauen kann. Also auch als, als Motivationsschub. Äh, ich konnte auch schon mehrere Kategorien jetzt wieder aus-ixen. Also, die sind jetzt teilweise schon, ja, da ist eine Auswahl quasi schon soweit, fast fertig. Es gab noch einen Kommentar, da hat jemand ein Bild, also, ist ja so, die Leute tragen da quasi ihr Bild ein in diese Datenbank. Und dann, äh, verlinken sie das aber zum Original, ne. Das hosten die irgendwo auf Google Docs oder sonst wo. Ähm, wird also quasi in die Datenbank nur ein Link eingetragen. Und das sollte dann auch schon das endgültige Bild sein. Einer hat sich gemeldet und sagte, ups, ich habe noch so einen CC, Creative Commons Link auf dem Bild drauf. Und ob ich das dann später noch in höherer Auflösung haben möchte. Ähm, an dieser Stelle noch mal ein Hinweis an alle. Äh, die Bilder, die ihr da verlinkt habt, die sollten nach aller, aller Möglichkeit schon die endgültigen Bilder sein. Weil ich habe am Ende zwei, dreihundert Bilder, die ich da managen muss. Und wenn ich für jedes einzelne Bild noch mal nachfragen muss, dann, äh, das... Oder jedes Mal anklicken und gucken, ob sie es noch mal geändert hat oder so. Die Zeit geht vom, die Zeit geht vom Schreiben ab, die ich mit dem Management hier verbringe. Das heißt, äh, solltet ihr euch jetzt, also solltet ihr Bilder da reingeworfen haben und euch jetzt dran erinnern, oh, hoppla, das ist ja nur eine verkleinerte Version gewesen, ähm, dann lasst mich bitte so früh wie möglich wissen, damit ich nicht am Schluss irgendwie die Deadline verreiße, weil ich noch irgendwie Bilder managen muss. Naja. Aber heißt auch, heißt auch Bilder, weiter, weiter Bilder einreichen mit den, für die, für die Themen, wo kein X dran steht. Da sind immer noch Bilder gebraucht. Apropos Bilder verwalten. Du hattest letzte Woche mal so eine splienige Idee, man könnte ja eventuell eine Art Panini-Album machen mit den Bildern, die vielleicht nicht es bis ins Buch geschafft haben, aber trotzdem eben einfach toll sind, dass mitgemacht wurde. Und dann könnte man ja für alle, die mitgemacht haben, ein Sammelalbum machen, wo man dann Sticker kaufen kann. Aber das ist ja ganz abwegig, oder? Ja, es ist tatsächlich, also ein bisschen abwegig im Moment. Aber es ginge, denn wir haben Post gekriegt. Lars hat geschrieben zum Thema Panini-Sticker-Album, es gibt einen Anbieter, sticker5.de, richtet sich erstmal an sowas wie kleine Fußballvereine, aber je nach Auflage eventuell auch für Happy Shooting. Also ich habe mir die noch nicht angeguckt, diese Sticker5. Ja, die Webseite ist noch im Aufbau oder im Umbau. Das wird auch, ja. Du musst dir vorstellen, wie bei den Panini-Alben damals, ist das wirklich ein Album, wo dann entweder Platzhalter für die Bilder sind oder das Bild in Grau halt nur zu sehen ist. Aha, man sieht es hier. Und dann kannst du halt Tütchen mit Stickern kaufen, da sind nur was weiß ich immer fünf Stück drin oder irgendwie sowas, weiß nicht genau, wie das gebundelt ist. Und dann kannst du sammeln und untereinander tauschen, wenn dir noch irgendwie ein Bild fehlt oder so und dann kannst du das vollkleben. Also für das Buch wird das mit Sicherheit nichts werden, weil das ist eine sehr schöne Idee, aber so ein Buch wird im Prinzip tatsächlich, bevor es überhaupt angefangen wird, wird das durchkalkuliert. Der Verlag sagt so und so viele Seiten, so eine Ausstattung hat das Ding, kriegt es ein Bändchen oder nicht und so weiter. Ja, das muss ja nicht ins Buch die Platzhalter rein. Das ist ja nochmal ein Extraprojekt, ein Zeitprojekt quasi, ein Community-Projekt. Ein Community-Panini-Album. Also falls da jemand Bock hat, das zu machen, in irgendeiner Form, im Kontext von diesem Buch, ich hab, also ich bin ja nicht dagegen, aber ich habe keine Kapazitäten, da irgendwas zu managen. Ich rotiere gerade eh schon, was das Thema angeht. Von meinem geistigen Auge sehe ich schon die Klostergeister-Sammelalben. Das könnte ein Projekt-Sammelalben. Das könnte ein Projekt-Sammelalben sein. Ah, mein Guter. Ach, ist das schön. Kommen wir zum Thema. Canva Affinity. Canva kauft Affinity. Ist tatsächlich so. Also Canva hat Affinity gekauft. Jetzt ist, also da gibt es jetzt viel zu erzählen und viel drüber rumzudeuten und so weiter. Lass uns das mal zerlegen. Zerlegen wir das mal. Also Canva kauft Affinity. Affinity kennen wir alle. Affinity ist für uns vor allem interessant. Affinity Foto, Affinity Designer, Affinity Publisher. Die Firma heißt Serif. Die Firma ist Serif und Affinity ist deren Produktsuite, die mal angetreten sind, um dem großen Adobe was entgegenzuhalten. Und zwar… Die sitzen in England? Wir sitzen in Nottingham und die sind, ja, erst mal sehr, sehr stark eingestiegen und haben dann langsam so die Produktpalette ausgerollt, ausgeweitet haben. Dann auch die Plattformen noch alle, also am Anfang war das glaube ich nur Mac, dann haben sie die Plattform noch erweitert auf Windows und alle Produkte und dann noch eine iPad-Version davon und alles schön interoperabel und so weiter. Sehr schön erst mal und das Ganze für Einmalkosten, also nicht im Abo, sondern relativ günstiger Einstieg und ist für mich mittlerweile Standard. Also ohne Affinity Designer will ich nicht mehr leben, Affinity Foto brauche ich auch regelmäßig und ich habe sogar schon mit Affinity Publisher irgendwie Serienbriefe gemacht und solche Geschichten. Also du kannst da wirklich interessante Dinge tun mit Datenbankanbindung und was weiß ich allem. Das ist gut. Es funktioniert und das hat jetzt auch ein paar Jahre sehr gut funktioniert und jetzt hat Canva Affinity gekauft. Wer ist Canva? Kennst du Canva? Hast du schon mal mitgearbeitet? Ich kannte sie tatsächlich nur so vom Rande her. Also ich weiß, weil ich mal über eine App gestolpert war, die machen halt auch so Design-Geschichten, aber es ist eine Online-Plattform, soweit ich weiß, wo du halt Designs für Social Media, für Magazine, für Newsletter und so weiter online machen kannst. Also Canva ist eine Online-Design-Plattform, also läuft im Browser, ist auch eine Publishing-Plattform. Oder sowas dafür, aber ich glaube, das ist auch noch ein Wrapper um die Webseite. Sowas, die wurden 2012 in Australien gegründet und unterstützen eben so ein sehr einfaches Erstellen von Design-Projekten. Ja, die haben viele Vorlagen, Drag & Drop im Web und solche Geschichten. Präsentationen, Social Media-Zeug, Poster, Flyer, Dokumente, eben sehr viel Drag & Drop und haben eine echt umfangreiche Bibliothek mit Vorlagen und Stockbildern und Schriftarten und Design-Elementen. Und es gibt von denen quasi so die Free-Version zum Einsteigen, da hast du auch schon eine ganze Menge Zeug im Zugriff, aber dann wollen sie natürlich die Pro-Version verkaufen. Das ist dann ein Abo, was im Jahr 110 Euro kostet oder so. Also das ist auch noch so in dem Rahmen, in dem man sowas erwartet. Ja, wenn du irgendwie einen Social-Media-Auftritt vom Unternehmen betreust oder sowas, ist das sicherlich günstiger. Genau, und ich meine, sowas läuft ja heute im Browser ganz gut. Es ist so ein bisschen gemacht für, dass jeder damit arbeiten kann. Also da brauchst du kein super tiefes Fachwissen und so weiter. Da ist KI mit drin, um beim Designen zu helfen und beim Schreiben zu helfen und beim Editieren zu helfen. Und wie gesagt, in der Free-Version irgendwie eine Viertelmillionen Gratis-Templates und 5 GB Platz zum Testen und Kollaborations-Features. Und wenn du dann pro Geld einwirfst, die 110 Euro im Jahr, dann kriegst du noch mehr KI und dann hast du auch noch so Hintergrund-Removal für Stills und für Video. Du kannst ja mal Video mitmachen nämlich auch. Okay. Dann hast du noch so Magic Expand, also so kann was größer ziehen, also hinten quasi um mehr Platz zum Bild und irgendwie 20 KI-Power-Tools und sogar so ein Social-Media-Scheduler für acht Plattformen, also wo du quasi deine Sachen reinpacken kannst und die werden dann nach einem Kalender ausgespielt nach Instagram und so weiter und Terabyte-Storage und so. Das ist, wenn du in dem Bereich unterwegs bist, also wenn du sowas brauchst, ist das tatsächlich alleine das schon das Geld wert, weil da gibt es nämlich andere, die kosten alleine dafür schon Geld. Das guckst du dir erst mal an und dann denkst du, na, also da kannst du schon mal, weißt du, so diese TikTok-artige Videos mit automatischen Untertiteln und hier noch ein Feuerwerk und da noch. Also es ist viel Bling-Bling und viel Glitzer und viel … Aber schnell gemacht alles. Aber du hast mal ganz schnell … Kannst du das ästhetisch oder bunt machen, also das … Ja, du kannst es auch sehr einfach sehr bunt machen, also ich sag mal so, das ist so ein bisschen wie so der Unterschied, als ob du, wenn du Webseiten machst, wenn du die mit so einem Baukasten online machst oder wenn du zu Hause mit deinem Tool irgendwie HTML von Hand editierst, so ungefähr ist das auch so. Also die Photoshop-Welt ist sehr viel feiner gegliedert, aber du hast auch nicht so schnell Ergebnisse. Dafür hast du Zugriff auf jeden Parameter. Canva ist da etwas simpler in dem, was du tun kannst. Kommst nicht an alles ran. Dafür halt schneller und im Zweifel auch immer ästhetisch. Genau. Naja, auf jeden Fall hat jetzt Canva Affinity gekauft und das Ankündigungsvideo, was der Chef hier rausgehauen hat, das ist so vier Minuten Talking Head vor der Kamera. Da ist aber viel Blah drin, also da ist wenig Konkretes drin. Das ist eigentlich völlig egal, wenn du auf dem Markt irgendein Unternehmen hast, was ein anderes Unternehmen kauft. Ist auch völlig egal, aus welchem Bereich, dann findest du diese Texte auf den Webseiten und solche Videos. Das ist austauschbar. Das hat die KI gescriptet. Das ist fast so ein KI, genau so ein KI gescripteter Standardtext, ein unvermittlicher Standardtext. Alles soll toller werden. Affinities Möglichkeiten sollen erweitert werden. Und kann zusätzliche Ressourcen bereitstellen für Affinity, also Entwicklungsressourcen und eine schnellere Entwicklung und erreichen neue Horizonte für Affinity-Produkte und solche Sachen sind da drin. Ja, also versprochen wird, die Mission fortzusetzen und professionelle und erschwingliche Kreativsoftware anzubieten. Und ist natürlich jetzt die Frage, was bedeutet das denn konkret? Also was, was, oder was könnte das bedeuten? Weil wir können jetzt in dem Moment erstmal nur spekulieren. Also als Hintergrund noch, was mir gar nicht so bewusst war, ist, dass Canva tatsächlich ein sehr, sehr großer Spieler am Markt ist. Die haben wohl über 100 Millionen Abonnenten, sagen wir mal. Richtig viele sind das, ja. Also richtig, richtig viele. Na, Abonnenten, Active Users, ob die abonnieren, ob die Geld bezahlen, weiß ich nicht. Wissen wir nicht, können auch kostenlose sein. Aber jedenfalls eine große Userbasis, sehr viele Mitarbeitende. Sie haben auch in den letzten Jahren schon viele andere Unternehmen aufgekauft. Alle so aus dem groben Umfeld KI und Gestaltung und so. Und jetzt haben sie wohl vor wenigen Monaten, sagen sie auch beide übereinstimmend, erst miteinander gesprochen. Also Canva ist wohl auf Serif zugegangen und hat das mal vorgeschlagen. Also offenbar ist Canva auf die aufmerksam geworden, hat gesagt, das wäre super, wenn wir sowas hätten. Weil offenbar hat Canva gesagt, sie wollen sich ein bisschen weiter professionalisieren. Also sprich, die Kundenbasis vergrößern und jetzt eben auch ein bisschen wahrscheinlich in die zahlungskräftigeren, professionelleren Kunden gehen. Spekuliere ich jetzt mal und brauchen dafür halt ein paar Tools, die sie eben selbst nicht haben. Und Serif kann das eben und die Softwareentwicklung kann das offensichtlich. Vielleicht brauchen sie auch einfach nur fähige Leute in dem Bereich. Und Serif, sprich die Affinity-Gruppe, da reden wir von 90 Angestellten. Und mit einer, von einer Userbasis, wie sie selber sagen, von drei Millionen. Das ist überschaubar. Und man hat sich offenbar sehr schnell geeinigt. Und die Maßgabe war, dass das Affinity-Produkt, also Serif, weiterhin mehr oder weniger unabhängig weiterläuft. Also es wird auch niemand entlassen, so hieß es. So wird das im Moment erzählt, dass sich für Endbenutzer erstmal nichts ändern wird. Beziehungsweise es wird noch nicht mehr erstmal gesagt, es wird gesagt, es wird sich nichts ändern. Wobei, wir haben das oft gesehen, man weiß es nicht genau. At this time. Fakt ist, so lese ich es überall raus, dass die Version 2 von Affinity, von der Suite, erstmal so bleibt, wie sie ist. Also es wird weiter Updates dafür geben. Eine 2.5 ist schon in der Planung und demnächst soll es noch andere kleine Updates geben. Das läuft weiter. Aber was ich eben interessant war, ist, dass sie jetzt nicht gesagt haben, nee, wir reduzieren da die Mannschaft, weil wir brauchen nur die und die Truppe, weil wozu noch eine zweite Buchhaltung und so weiter. Nee, nee, sondern das bleibt quasi eigenständig. Die machen alle weiter. Niemand wird entlassen, so ist die Aussage. Aber natürlich ist auch die Rede davon, dass man natürlich die Produkte in irgendeiner Form zusammenführen möchte oder zumindest Teile davon benutzen möchte. Also so ist eben davon die Rede, dass eben erweiterte Bearbeitungswerkzeuge bei Canva Einzug finden könnten, eben durch Funktionalitäten, die Affinity zur Verfügung stellt. Und umgekehrt wird zumindest spekuliert, ob denn vielleicht auch die Affinity Suite solche Kollaborationsfeatures bekommen könnte, sodass du halt zeitgleich an einem Dokument arbeiten kannst und solche Spieße. Also ich habe, ich meine, Canva hat ja auch diesen kompletten Backbone quasi von eben Terabyte Speicher, wenn du es bezahlst. Du hast also dann so ein Shared Storage online irgendwo. Das hat ja Affinity in der Form überhaupt nicht. Und dieses kollaborative Backend könnte natürlich ganz sinnvoll sein, weil das ist eine der Stärken von Canva. Du kannst, du hast einen sehr einfachen Einstieg, du hast diese Kollaboration unter mehreren Leuten am gleichen Projekt, hast eine riesige Ressourcenbibliothek. Die, also wir reden da tatsächlich bei der Bezahlversion von, ich glaube, eine Million Templates und Vorlagen und Medien und so weiter. Also das ist wirklich groß. Aber es ist ein Abo-Modell, ne? Und was du machen kannst, ich habe mir die Free-Version angeguckt von Canva. Das ist tatsächlich sehr, sehr clicky-bunty erstmal, also das war, das war wirklich so, bin ich ein bisschen erschrocken. Und habe dann aber so ein bisschen gespielt und festgestellt, da sind auch externe Tools eingebunden. Das heißt, du kannst quasi in der, die haben da so eine App-Bibliothek und dann kannst du tatsächlich schnell suchen und suchst dann eine App zu irgendeinem Thema. Und dann kannst du dir eben so, so eine Untertitel-App quasi klicken und dann geht die, greift die auf dein Canva-Projekt zu und macht dir dann da die Untertitel rein oder so. Und ich habe so das Gefühl, die haben so Schnittstellen für externe Apps schon und vielleicht ist dann Affinity einfach die Profi-Apps, sind dann die Profi-Apps für externen und die werden dann irgendwie mit den Canva-Formaten irgendwie kompatibel gemacht und können die dann editieren. Möglicherweise. Könnte sein. Möglicherweise. Vielleicht kannst du auch deine eigenen Templates damit zum Beispiel gestalten, wenn du halt dein CI-Template haben willst, das du mit den Profi-Werkzeugen machst und dann die anderen Mitarbeitenden im Unternehmen mit den einfachen Methoden von Canva dann damit arbeiten können. Also man kann natürlich hier Befürchtungen haben. Also ich habe so die eine oder andere kleine Befürchtung oder sagen wir mal, es ist keine Befürchtung, es ist mehr so. Also übrigens nicht nur du, sondern wir beide und fast alle, die ich heute auf Kommentaren in diversen News-Seiten gelesen habe. Erste Frage, Abo-Modell, ja oder nein? Abo-Modell. Alle. Also keiner fragt, ob es ein Abo-Modell wird. Alle wissen jetzt schon, ab der Version 3 ist Affinity ein super teures Abo-Modell, kannst du gleich vergessen, ich gehe wieder zurück zu Adobe. Das war so die Kernaussage von allem, was ich heute gelesen habe. Es gibt Ausnahmen dazwischen. Also lass uns mal den schwarzen Pinsel auspacken und an die Wand malen. Schwarz malen. Also Abo-Modell weiß man jetzt noch nicht, ist alles Spekulation, aber es ist naheliegend, weil Canva ein Abo-Modell hat und Affinity wird Canva gehören oder gehört jetzt zu Canva. Das zweite ist natürlich die Angst so ein bisschen, werden die Affinity-Produkte vielleicht einfach ein bisschen dümmer gemacht, weil das muss ja auch ein bisschen in dieses clicky-bunty Canva-Ding reinpassen. Oder bleiben die tatsächlich so wie sie sind? Also kann man sich da wirklich mit aufwerten oder wollen die Affinity abwerten? Ich glaube schon, dass die sich aufwerten wollen, weil dieser Profikundenkreis, den haben die nicht im Moment. Die haben ganz viele Leute, die ganz viel mit Social Media machen, weil du hast da wirklich diese Anbindung an den Scheduler und du hast da die Anbindung an, du kannst Sachen in den Formaten für Social Media schnell aufbereiten darin und wie gesagt auch gemeinsam arbeiten. Das haben die nicht im Moment bei Affinity. Also den Profi-Bereich haben die nicht und vielleicht bleibt das einfach so, wie es ist. Ja, das kann schon sein. Also im Moment, ich sage mal, im nächsten halben Jahr wird sich da eh nichts ändern. Solche Sachen brauchen. Und die dritte Befürchtung, die ich habe und die ist, glaube ich, da habe ich, das ist, glaube ich, nicht nur, nicht nur eine Befürchtung, der, der Lightroom-Killer, der von Affinity mal irgendwann hätte kommen können, möglicherweise, obwohl ich da auch nicht mehr mittlerweile so richtig dran geglaubt habe. Aber ich glaube, der ist damit vielleicht Geschichte. Oder ist das nicht? Weil du hast ja diese Storage-Plattform hintendran, auf der du deine, das ist ja dann auch so ein bisschen so ein Gegenspieler zu Adobe Cloud, weißt du? Ja, das ist, also der Gedanke ist jetzt gar nicht mal so doof, muss ich sagen. Also zunächst mal habe ich jetzt lange schon nicht mehr daran geglaubt. Wir haben vor Jahren mal so ein ganz kurzes Teaser-Video gesehen, wo man rauslesen konnte, da könnte es vielleicht was im Bereich der Bildverwaltung geben mit angebundener RAW-Bearbeitung. Ich habe da nicht mehr damit geglaubt, weil es, man hat wirklich gar nichts mehr aus der Richtung gehört. Und die RAW-Entwicklung in Infinity Photo ist auch nicht wirklich so viel besser geworden. Die ist schon nicht schlecht, aber die ist nicht auf dem Niveau von spezialisierten RAW-Entwicklern meiner Meinung nach. Also da hatte sich einfach nichts getan. Aber du hast natürlich recht, wenn sie jetzt gesagt haben, naja gut, wenn wir da mithalten wollen. Du kannst es natürlich, du kannst es jetzt mit Lightroom Classic mithalten, aber selbst bei Adobe ist Lightroom Classic ja schon eher, also fühlt sich wie so ein Seitenprojekt an. Das hässliche Stiefkind. So, man ist vielleicht noch ein Stück weit froh, dass man damit Erfolg hat. Die Profi-Fotografierenden, die sind immer noch, die werden auf die Barrikaden gehen, wenn das Classic, das Lightroom Classic wegfällt. Ja, ich bin mir aber immer noch nicht so klar, ob Adobe das so klar ist, weil das ist ja alles so toll mit der Cloud. Und auch die Profis schwärmen ja davon, dass sie nichts mehr synchronisieren müssen. Und nach dem Shooting alles schon auf allen Plattformen verfügbar und unterwegs im Flugzeug bearbeiten. Ich glaube tatsächlich, dass bei Adobe Lightroom Classic immer noch sicher bleiben wird für eine lange Zeit. Weil es gibt, Entschuldigung, aber es gibt vor allem für Leute, die da schon sehr viele Metadaten drin liegen haben, wie ich zum Beispiel, es gibt keine Alternative. Ich habe ja nun wirklich gesucht. Also ich meine, wir hatten einen Dreiteiler zum Druckmodul. Was tierisch viel kann. Ja, das kann keiner der anderen. Keiner. Und das wird selbst schwer, so etwas nachzubauen, wenn du jetzt einen Photoshop nimmst oder so etwas. Also selbst damit kriegst du solche Sachen so in der Einfachheit eben nicht hin. Naja, aber sei es drum. Trotzdem, wenn du jetzt heutzutage antreten möchtest am Markt, dann glaube ich nicht, dass du damit durchkommst, wenn du nur eine Standalone-Version anbietest. Sondern es gibt dann natürlich gleich den Wunsch, wie ist denn das mit der Synchronisation auf mein Tablet? Wie ist denn das mit der Cloud? Weil natürlich gibt es Shootings, wo das sinnvoll ist, das in der Cloud zu synchronisieren und auf dem Tablet unterwegs bearbeiten zu können und, und, und. Und da hat einfach Serif keine Expertise meiner Meinung nach. Und wenn sie die jetzt haben, da hast du nicht ganz Unrecht, dann könnte das auch einen frischen Wind da für solche Geschichten geben. Ich weiß nicht, ob Canva in irgendeiner Form auch offline geht oder ob Teile davon offline gehen, weil das ist natürlich nicht so schön, wenn du dann ohne Cloud nichts mehr tun kannst. Also wenn die Cloud einfach die Engine drunter ist und das nur noch im Browser. Also andererseits, ich, ich habe so das Gefühl, dass langsam die Zeit der, der Standalone-Software, was sowas angeht, irgendwie den, das, das gehört bald der Vergangenheit an. Also ich, 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 ich packe mir in mein Budget, meine Budgetplanung schon mal vorsorglich so ein Hunni pro Jahr, so einen guten nochmal zusätzlich rein. Ich glaube, anders wird das, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ja, so ist das. Aber es kommen ja ein paar gute Sachen. Ja, also ich meine, Canva hat jetzt eine KI-Funktionalität, nicht wahr? Also die, die können mit KI umgehen, die haben. Die machen da viel, ja. Textgenerierung, die haben Sprachanalyse, die haben verschiedenes Zeug, die haben. Die haben auch so, die haben auch so Geschichten wie Video, Video-Hintergründe rausmachen, also beim Video-Bewegt-Bild und so weiter, da, da kommt schon einiges. Dinge markieren, wegmachen, maskieren, ein Stück weit generative Füllung, ne, du hast gesagt, dieses, dieses magische Erweitern von Bildern, um irgendwo Platz zu schaffen. Und das sind alles Sachen, die Affinity-Foto und Designer auch im Vektor-Bereich nicht haben und wo Photoshop eben und, wie heißt da, der Illustrator da die Nase vorhaben. Und ich glaube, das täte denen ganz gut, wenn Affinity so etwas auch in die Produkte einbauen könnte und wenn sie da jetzt natürlich Expertise von draußen kriegen und vor allen Dingen auch die Lizenzen und die Modelle und so weiter, ohne das alles nochmal selbst machen zu müssen. Das könnte auch tatsächlich für so eine Version 2.5 oder vielleicht eine Version 3 der Suite nochmal einen ordentlichen Boost geben und nochmal einen ordentlichen Adobe mal wieder anheizen, sag ich mal. Weil im Augenblick, glaube ich, ruht sich Adobe auch ein bisschen aus, weil sie wissen, dass sie einen ganz großen Schritt voran sind. Also aus der Sicht finde ich es fast schon wieder gut, dass Adobe mal ein bisschen mehr Feuer unterm Hintern kriegt und vielleicht dann auch nochmal ein bisschen zulegt, ja. Also man sollte da die Hoffnung nicht aufgeben, aber ansonsten stimme ich erstmal in die Sorge mit ein. Ich glaube, das mit dem Abo ist nicht so weit hergeholt und das Einzige, was ich mir wünschen würde für die Affinity Suite ist, dass sie nicht so einen Zirkus machen, wie es Capture One macht. Die ja immer noch seit Jahren versuchen, das Abo-Modell zu verkaufen, aber einen Einzelkauf anzubieten, aber irgendwie ist dann das Abo teurer als der Einzelkauf oder auch nicht. Das kommt darauf an. Also das ist alles so dermaßen wirr und entweder sollen sie ganz klar sagen, pass auf, das ist jetzt der Einmalkaufpreis und wenn du es in Abo machst, dann wird es halt auch für ein Jahr günstiger oder sowas. Was weiß ich, zwei Jahre Abo entspricht einmal kaufe, keine Ahnung, irgendwie sowas. Klare Aussage oder eben dann klar den Strich ziehen und sagen, jetzt ist es dann halt nur noch Abo und dann ist es halt so. Ich meine hier, Uwe fragt hier, ihr hattet doch immer auf einen Lightroom-Ersatz gehofft, kommt der jetzt vielleicht. Da ist zumindest eine Infrastruktur dahinter, die möglicherweise in die Richtung tun könnte. Also das, mal schauen. Also ich, ich, ich war, also ihr schreibt uns mal oder lasst uns mal wissen, happyshooting.de slash hi, Audio-Kommentare, Video-Kommentare. Habt ihr Angst? Wollt ihr, freut ihr euch, dass endlich mal ordentlich Clicky-Bunty kommt oder ist es mehr, das klingt so abfällig. Das Ding ist ja schon, das kann ja schon einiges. Ja, also die Frage ist, wie fühlt ihr euch dabei? Seht ihr da eher die Chancen, dass Affinity, die Suite aufgewertet wird? Wir können ja so ein Wettbüro aufmachen, ne? Wir werden mal Wetten abschließen und KI-Feature oder wird das eher den Bach runtergehen und in drei Jahren hören wir nichts mehr von Affinity? Also wir sind alle so ein bisschen bedröppelt, ne? Ja, ich bin bedröppelt, aber noch, noch möchte ich es positiv sehen. Ich möchte es einfach positiv sehen, aber es fällt mir einfach schwer, weil in den letzten Jahren, wann immer irgendein Softwareunternehmen aufgekauft ist, wo ich gesagt habe, das fand ich jetzt eigentlich ganz gut, dann war das hinterher so verstümmelt und verkrüppelt und war weg. Kennst du zum Beispiel noch dieses, dieser iPhone-Software, wo man so schnell Videos mitmachen konnte, Quick oder sowas? Ich weiß nicht, wie das früher hieß. Ja, kenne ich. Ja, ja, hatte ich ja auch mal, aber das ist dann halt alles. Das hat auch so mit KI oder mit Algorithmen, hat es halt die richtigen Stellen oder die richtigen, aber spannende Stellen aus dem Video rausgesucht und hat ja in Windeseile ein interessantes Video zusammengestöpselt. Das habe ich gerne benutzt, tatsächlich. Wir haben das auch in der Firma gerne benutzt. Das haben wir auch mal für ein schnelles kleines Workshop-Video oder so war das echt cool. Und dann hat GoPro das übernommen und dann ging es bergab mit dieser Software, weil plötzlich brauchtest du einen Account und dann war es ein Abo und dann ging das nicht mehr so, wie es vorher ging und war komplizierter geworden. Und ach, ein Trauerspiel. Das ist nur ein Beispiel. Davon gab es in den letzten Jahren viele. Und insofern habe ich so ein bisschen Angst, aber ich möchte einfach, dass es gut wird. Ja, andererseits, das Leben besteht ja aus Veränderung. Veränderung kann ja auch gut sein. Vielleicht wird daraus was ganz Tolles. Das einzig Konstante im Leben ist die Veränderung. Vielleicht bringen die, da kann man auch ein bisschen mehr was Ordentliches bei. Vielleicht geht es ja andersrum. Tja. Es gibt ja so, es gibt so Reverse Acquisitions. Also in der Vergangenheit habe ich das schon ein paar Mal erlebt, dass Firma A Firma B gekauft hat, aber eigentlich die Firma B dann die Firma A von innen raus irgendwie verändert hat. Das gab es schon. Ja, glaube ich hier nicht. Aber meine Hoffnung wird so ein bisschen getragen von den Aussagen, wobei die immer mit einer ganz, ganz großen Prise Salz zu lesen sind, wie wir ja eingangs auch gesagt haben. Aber, dass sie innerhalb kürzester Zeit sich geeinigt haben, das fand ich interessant, weil oft läuft sowas ja auch über viele Jahre und wird schon Rueboard und so weiter. Und dann kommt es nochmal auf den Tisch und nochmal auf den Tisch. Und hier scheint einfach, also es fühlt sich so an, als ob die Chefs mal kurz miteinander telefoniert haben und sich einfach sehr sympathisch waren. Und ich sage mal, da sitzen Australier und Engländer und offenbar verstehen die sich einfach ganz gut. Und ich hätte jetzt wahrscheinlich mehr Angst, wenn es ein chinesisches Unternehmen gewesen wäre oder ein russisches, japanisches oder sogar auch ein amerikanisches Unternehmen. Und so ist es ein australisches Unternehmen und irgendwie sind die bei mir im Kopf positiver kronotiert. Irgendwie glaube ich, sind die lockerer und ich glaube, da könnte was Gutes draus werden. Positiver als die Russen und die Chinesen schon, ja. Durchaus. Also ich, warst du einfach so … Aber das liegt eher am aktuellen Weltgeschichte. Ich war noch nicht da. Ich war noch nicht da. Die Russen sind, also ich habe jetzt in Sibirien dann doch viele Russen kennengelernt und wir sind, das sind … Das sind schon alles knuffige Leute. Die sind schon anders drauf als manche, die so mehr so in Zentraleuropa leben. Naja, lassen wir das. Wir wissen es nicht. Wir spekulieren. Wir hoffen. Wir haben Ängste. Wir haben Befürchtungen. Wir haben … Ja, lasst uns wissen. Happyshooting.de slash hi. Also da würde ich mich tatsächlich mal … Ja, meldet euch mal. Wir freuen. Wir werden das dann Anfang der nächsten Sendung gleich mal alles aufgreifen und … Machen wir eine toten Grafik oder so. Vielleicht wissen wir ja … Vielleicht wissen wir ja dann auch schon wieder deutlich mehr und so. Momentan ist das alles sehr, sehr unverbindlich. Und ich glaube auch, dass die selber noch nicht ganz genau wissen, wie das aussehen wird. Die haben das sicher jetzt noch nicht bis zum Ende durchgeplant, wie das funktioniert. Die müssen sich jetzt erstmal beschnuppern und … Was ich ja auch schon überlegt habe, ist, ob es vielleicht Serif finanziell gar nicht so gut ging und dass das von daher auch ganz gut gelegen kommt. Und ich meine, guck mal, wie viele Updates es in letzter Zeit gab von Affinity. Also vielleicht haben die einfach Probleme, weil so viel Neues kam da nicht. Du meinst, dass eine Softwarefirma ohne Abo-Modell heute nicht mehr überleben kann? Ich weiß es nicht. Also ich habe die Preise mal grob durchgerechnet, die Kaufpreise mit den genannten drei Millionen Kunden. Und dann kommst du schon bei großzügigen Gehältern auf … Je nachdem, wie du dann die Nebenkosten ansetzt auf 15 bis 30 Jahre, die du die Firma am Laufen halten könntest. Jetzt weiß ich aber nicht, wie viel Gehälter da tatsächlich in den höheren Etagen ausgezahlt werden oder wie viel die Leute da tatsächlich verdienen. Ja, du weißt nicht, was die nebenher noch an irgendwelchen Business-Partnerschaften machen. Das weißt du halt alles nicht. Also so Millionen können dann ja auch mal schnell weg sein, je nachdem, wo das Geld noch so drin steckt. Aber wenn ich so aus mittelständlicher Sicht da drauf gucke, dann sollte das eigentlich gesund sein. Aber weiß man es? Da habe ich mich schon bei anderen Sachen deutlich verkalkuliert. Und von daher könnte es auch sein, dass es einfach gut ist, dass da jetzt ein großes Unternehmen ist. Ach, weißt du, da wird jetzt von … Vielleicht mehr finanziellen Hintergrund. Da wird jetzt Canva, wird da jetzt virtuelle KI-Software-Entwickler draufwerfen und dann passiert da ganz schnell ganz viel Tonnes. Und dann haben die Affinity-Erwickler Zeit, die Lightroom-Classic-Alternative zu schreiben. So wird es nämlich sein. Alles wird gut. Wir sind gerade, ich meine, das siehst du überall, wir sind gerade so in einem Umbruchzeitraum irgendwie so bei vielen Sachen und das passt mit ins Bild einfach. Warum denn da Stabilität, wenn wir es an anderen Ecken auch nicht haben? Und Michael sagt, mich lieber nicht zum Firmenchef berufen. Das ist übrigens eine generell sehr, sehr gute Idee. Also ich habe in meinem Leben schon mehrfach gedacht, ich wäre kein guter Chef. Deswegen bin ich auch entweder angestellt oder selbstständig oder wie im aktuellen Fall beides. Aber ich habe keine Angestellten. Und das ist gut so. Glaub mir. Ich glaube, ich wäre schon ein ganz guter Chef. Ja. Ich denke schon. Ich wäre auch ein super Chef. Ich hätte, das wäre alles sehr erfolgreich, aber es gäbe auf diesem Planeten nur wenige Leute. Lassen wir das. Ist vielleicht ganz gut, so wie es ist. Lassen wir das. Also lasst uns wissen, happyshooting.de slash hi. Was, was meint ihr dazu? Wie fühlt sich das für euch an? Gut. Du hast, du hast ein Update von, ist ein ganz anderes Thema. Du hast… Ja, Cloud-Thema. Cloud-Thema, aber diesmal Backup. Du hast ja letztes Mal schon erzählt über die Hetzner Storage-Box, die du dir geschossen hast und wo du jetzt quasi deine, deine Cloud-Backups hinmachst von deinen Bildern und Rechnern. Und was weiß ich alle. Genau. Ich teste das gerade. Also noch habe ich auch die Wasabi-Cloud laufen, aber da die jetzt teurer geworden ist und damit preislich die Storage-Box von Hetzner interessant geworden ist… Glüht die Leitung schon nach außen? Lässt mir mehr Platz. Nein, tut sie nicht, weil der Upload ist abgeschlossen. Also mein derzeitiges Backup hat 1,82 Terabyte. Das ist ja nichts. Also knapp unter 2 Terabyte. Das sind die Lightroom-Datenbanken und das sind die RAW-Dateien. Das Ganze ist natürlich komprimiert, verschlüsselt und versioniert von der Synology direkt hochgeladen worden. Hast du auch schon einen Restore getestet? Weil jedes Backup ist nur so gut wie der erste Restore. Ja, lass mich doch erzählen. Oh, Entschuldigung, Entschuldigung. Der ganze Upload war abgeschlossen nach vier Tagen, 21 Stunden, 24 Minuten und 40 Sekunden. Das habe ich natürlich nicht gestoppt. Also fast fünf Tage lang hast du deinen Upload gehabt. Ja, fast fünf Tage. Ich habe es mal durchgerechnet. Das ist aber auch nur so eine langsame Leitung, oder? Ich komme dann im Schnitt auf 4,5 Megabyte die Sekunde. Und das passt, weil ich habe ja so eine 140-Leitung. Das heißt... 100-40. 100-40, genau. Das heißt 4 MB Upload und mit 4,5 MB die Sekunde Upload. Da ist halt ein bisschen Kompression und so weiter mit drin. Das kommt schon hin. Und das halt wirklich durchgängig, die fast fünf Tage. Ich habe das hier auch in der Fritzbox ab und zu mal kontrolliert. Also der Upload war tatsächlich saturiert. Das war ein durchgehender grüner Balken. Und trotzdem, letzten Dienstag, als wir aufgenommen haben, lief nebenher voll saturierter Upload. Das verstehe ich immer noch nicht, wie das funktionieren konnte. Ich habe keine Ahnung, was die Synology mit der Fritzbox hier ausgehandelt hat, mit Quality of Service, dass das funktioniert hat. Das hat bei mir noch nie funktioniert. Das hat funktioniert. Das fand ich sehr gut. Das hätte die Live-Sendung deutlich empfindlich stören können. Ja, hat es aber nicht. Ich hatte das Notebook offen. Ich hätte jederzeit sofort auf Pause drücken können, aber es lief einfach durch. Und der Witz ist, wir haben ja auch nebenher Videos gestreamt, während der Upload lief und haben hier Mediathek und so weiter. Also alles fasziniert. Naja, dann war natürlich die Frage, wenn jetzt eine nachfolgende Sicherung kommt, dann werden ja Änderungen hochgeladen. Wie schnell ist das? Das ist jetzt natürlich, ich mache das Backup mit Hyper-Backup. Das Backup prüft dann natürlich nicht sämtliche 1,82 Terabyte auf Änderungen, sondern das hat natürlich Index-Dateien, die schnell gelesen werden und wo irgendwelche Hash-Werte drinnen gespeichert sind und so weiter. Deswegen geht das sehr schnell. Das ist bei Wasabi auch so. Genau, David sagt, das ist beim Upload der Folge am Ende gestottert hat. Das tut es aber eigentlich immer. Ja, wenn ich die Episoden im Browser hochlade, dann ist dicht. Das ist einfach so. Da wissen wir auch nicht. Keine Ahnung, warum das ein Problem ist. IP ist, TCP-IP ist immer komisch irgendwie. Alles merkwürdig. Also folgende Sicherungen, die jetzt die letzten Tage gelaufen sind, die haben einmal neun Minuten gedauert. Das war das erste Update direkt nach dem großen Upload. Und danach alles so um die zwei bis drei Minuten. Und das ist ganz normal. Je nachdem, was du halt so tust. Ja, genau. Mal mehr, mal weniger. Das meiste davon ist einfach nur der Scan. Die Verzeichnisse müssen gescannt werden, mit den Index-Dateien verglichen werden und fertig. Also das lief soweit erstmal ganz schnuckelig durch. Und jetzt ist natürlich die Frage der Restore. Weil jedes Backup ist nur so gut wie der Restore. Und was mich da interessiert hat, ist, was ist denn, wenn die Synology abbraucht? Ich habe dann also keine Synology. Ich muss aber an eine Datei ran. Ist ja nun nicht wahr. Und dann brauche ich vielleicht den Lightroom-Katalog oder sowas. Hättest du alles bei Adobe in der Cloud liegen, dann bräuchtest du dieses Backup nicht. Dann hättest du alles bei denen liegen. Stimmt. Aber auch nur ein Katalog. Und das ist ja das Problem bei Adobe. Ich habe ja verschiedene Kataloge. Dann habe ich also den Restore am Mac ausprobiert. Und da gibt es mehrere Möglichkeiten, das zu tun. Wie ich letztes Mal schon erwähnte, kann man das WebDAV aktivieren von der Storage-Box. Und dann kann man sich am Mac mit Bordmitteln ohne Zusatz über HTTPS auf die Storage-Box verbinden. Das geht, indem man im Finder einfach Command-K klickt und dann eben HTTPS, Doppelpunkt, Doppel-Slash und dann eben die Adresse, die bei Storage-Box verbindet. Du kriegst von der Storage-Box eine Adresse geliefert quasi. Exakt. Und dann Benutzername, Passwort. Das hat man auch bei der Storage-Box konfiguriert. Und dann ist man drauf. Dann ist die Storage-Box gemontet. Genau. Dann taucht die im Finder als Laufwerk auf und dann kann man sich da durchklicken. Allerdings ziemlich langsam, wie ich feststellen musste. WebDAV war noch nie wirklich gut optimiert. Das hätte ich dir sagen können. Und der Finder auch nicht. Und der Finder ist da auch nicht so super. Das macht man dann mit anderen Tools. Also das beißt sich dann ein bisschen, um eine Größenordnung zu nennen. Es gibt in diesem Hyper-Backup eine Verzeichnisstruktur und da gibt es Verzeichnisse, wo diese einzelnen Datenblöcke gespeichert sind, aus denen sich dann das Backup wieder bedient für den Restore. Und da gibt es Verzeichnisse, da sind so 4096 Dateien drin. Ich glaube, das ist so das Limit. Dann fängt es ein neues Unterverzeichnis an. Und wenn du so ein Verzeichnis aufmachen möchtest im Finder, wenn du mit WebDAV gemountet hast, da habe ich Minuten gewartet, Minuten, mehrere, Plural. Ich habe nicht genau gestoppt. Mehrere Minuten, bis das Directory angezeigt wurde. Ich denke, oh oh, na ja, schauen wir mal. Und dann habe ich den Hyper-Backup Explorer gestartet. Das ist so eine mittelprächtige Software von Synology, mit der man zumindest mal einigermaßen bequem einzelne Dateien in einer bestimmten Version von einem bestimmten Datum aus dem Backup wieder runterholen kann. Das heißt, wenn das Laufwerk gemountet ist, dann kann man in dem Backup Explorer sagen, öffne lokal eine Backup-Datei. Dann geht man auf dieses gemountete Laufwerk, öffnet das und das ging auch relativ flott. Also das war sehr schnell geöffnet, weil da liest er halt seine Indexdateien, seine Verzeichnisdateien und zeigte dann an, was in der Sicherung ist, mit welchem Datum. War ja jetzt nur die initiale Sicherung. Und dann habe ich eine Lightroom-Katalog-Datei versucht zurückzuspielen mit knapp anderthalb Gigabyte und habe dann nach 20 Minuten oder etwas über 20 Minuten abgebrochen. Da war er dann bei 74 Prozent. Und meine Fritzbox zeigte immer nur so ganz kurze Spitzen, wenn überhaupt mal. Also da kam irgendwie nichts. Ganz, ganz merkwürdig. Das müsste schneller gehen bei deiner Anbindung. Ja, deutlich schneller. Und dann habe ich eine andere Datei genommen, die hatte so 650 Megabyte, war eine andere Katalog-Datei. Die hatte ich dann in vier Minuten tatsächlich wieder hergestellt, aber naja, begeistert war ich nicht. Ja, WebDAV ist nicht optimal, nee. War nicht so prickelnd. Ich hatte auch den Support gefragt am Sonntag und am Montag kam auch direkt die Antwort, sie empfehlen da SFTP zu verwenden. Das kriegst du aber am Mac nicht mit Bordmitteln gemountet. Das ist ein bisschen das Problem. Es gibt, also bevor er jetzt anfangt, ja, ich weiß, es gibt so einen MacFuse, das kann man installieren. Aber den SSHC irgendwas, den gibt es halt noch nicht für Silicon. Und selbst kompilieren wollte ich nicht. MacFuse hat mir schon so oft irgendwie Probleme gemacht. Ja, ich habe es dann gelassen. Ich habe dann rumgesucht. Es gibt dann Cloud-Mounter, aber das gibt es nur im Abo. Und was will ich mit einem Abo für eine Software, die ich hoffentlich nie brauche? Also schwierig. Und dann habe ich Storagebox im Mountain Duck gefunden. Mountain Duck hat diese Funktionalität, dass du halt ein SFTP-Laufwerk in den Finder mounten kannst, also ins Betriebssystem mounten kannst. Das habe ich dann gemacht. Da wurden die Verzeichnisse auch dann in Sekunden angezeigt. Das ging relativ flott. Und dann habe ich die gleiche Katalogdatei versucht wiederherzustellen, wie die, die ich vorher nach über 20 Minuten abgebrochen habe. Und die habe ich tatsächlich in circa 17 Minuten wiederhergestellt gehabt. Das war immer noch nicht besonders schnell, aber immerhin ist es mal fertig geworden. Und ich konnte bei der Fritzbox sehen, dass ich durchgängig nahezu vollständige Download-Auslastung hatte. Da fragt man sich natürlich, warum 17 Minuten für anderthalb Gigabyte bei voller Auslastung? Ich weiß nicht, was der Hyper-Explorer so tut. Der muss ja vielleicht auch das irgendwie jetzt erstmal zusammenbauen und so. Ich gehe davon aus, dass die anderthalb Gigabyte natürlich in zig, wenn nicht hunderte oder tausende kleinste Dateien aufgedröselt sind. Richtig. Für die Duplizierung und sowas. Der Jochen fragt, wie machst du das mit der Fair- und End-Schlüsselung? Das hast du letztes Mal erklärt, was für Software du da verwendest. Mit Hyper-Backup an der Synology. Das macht Hyper-Backup. Das ist ein Klick, was du setzt. Dann habe ich eine andere Lightroom-Katalog-Datei genommen, die auch etwa anderthalb Gigabyte hat und die war in zwei Minuten runtergeladen. Also das wird einfach stark davon abhängen, wie verteilt die Datei in welche Blöcken, in welchen Unterverzeichnissen ist. Und wenn der jetzt, was weiß ich, für die eine Datei zehn Unterverzeichnisse mit 4096 Daten lesen muss, dann hat es wahrscheinlich einfach länger gedauert, als wenn er das nur mit zwei Verzeichnissen machen muss. Was weiß ich. Also das ist sehr, sehr unterschiedlich von der Wiederherstellung her. Aber wie gesagt, 100 Mbit wurden komplett ausgelastet und es funktioniert. Ich habe dann mal SFTP verbunden mit Forklift. Forklift ist auch so eine Software wie dieser Norton Commander. Die Älteren erinnern sich noch. Das ist aber wirklich lange her. Da kannst du halt auch SFTP mounten und kannst dann darauf ROM brausen. Das ging rasend schnell. Also wenn du da so ein Verzeichnis mit diesen 4000 Dateien angeklickt hast, dann hast du so einen Fortschrittsbalken gesehen und weiß ich, nach drei Sekunden war die Liste da. Wäre also deutlich, deutlich schneller wahrscheinlich, aber mounted halt nicht. Das heißt, da komme ich mit dem Hyper Backup Explorer nicht drauf. Hilft mir also nichts. Aber zeigt zumindest, dass das Problem zum einen WebDAV ist, was einfach mal das Ganze vergessen für solche Datenmengen. Und SFTP wäre wahrscheinlich schon das Richtige, aber die Bremse ist dann das Betriebssystem und der Finder. Du musst das in deinem Finder gemountet haben, sonst geht das bei deinem Setup nicht. Genau, weil sonst kann ich nicht auf die Datei zugreifen, wenn ich es ohne Synology wiederherstellen will. Und da hatte mir heute jemand bei Mastodon noch geschrieben und hat mir das ein bisschen erklärt und sagte, wenn du solche Laufwerke über ein fremdes Protokoll in den Finder mountest, dann muss jeder Zugriff immer mehrere Wege gehen. Also dann geht der Weg eben dann über den Finder, über eine Interface und das Interface wieder in die Software, die diese freigabe, also nach Mountain Duck. Der verarbeitet das, gibt das wieder ins Interface, gibt das wieder in den Finder. Also das ist einfach sehr, sehr langsam. Also da müsste Apple sich mal öffnen, aber das tun sie halt nicht. Pech gehabt. Was ich dann probiert habe, ist, ich habe den Restore an der Synology selbst gemacht. Also unter der Annahme, ich habe einfach eine Datei zerstört oder aus Versehen gelöscht oder ich habe halt eine neue Synology aufgesetzt, wenn die alte abgeraucht ist. Wie läuft das dann? Na, dann hast du eben auch dein Hyper-Backup, was du ja wieder verbinden kannst mit der Storage-Box. Und dann habe ich da auch diese anderthalb Gigabyte Datei genommen, die vorher 17 Minuten gebraucht hat. Und die waren unter zwei Minuten wieder hergestellt. Schwupp. Also es ist das Problem im Mac OS mit der Einbindung von SFTP in den Finder. Also du willst eigentlich eine abgerauchte Synology schnell wieder herstellen und von dort aus dir dann das Backup wieder zurückholen. Von da zurücksichern. Oder wie mir auch jemand auf Mastodon schrieb, das Ganze von Linux aus machen, weil da hast du auch nicht diese Brücke über diese Finder-Extensions, die du dann gehen musst, die einfach sehr, sehr viel Zeit kosten, ganz offensichtlich. Mit Linux kommst du auch direkt drauf. Das ist im Prinzip das, was die Synology ja auch macht, über SFTP direkt zu greifen. Es ist einfach sehr, sehr schnell. So schnell oder so schlecht vom Hyper-Explorer, vom Hyper-Backup, dass ich an der Synology nicht mal einen Prozentfortschritt gesehen habe. Der hat also null Prozent angezeigt. Dann hatte ich voll saturierten Download und nach unter zwei Minuten war er dann fertig. Also hat mir nicht mal 100 Prozent angezeigt, sondern war einfach fertig. Null fertig. Fand ich schön. Ja, so schaut's aus. Genau. Also, ich bin davon erstmal überzeugt und ich habe heute wieder eine neue Rechnung von Wasabi bekommen, die wieder höher war als das, was die Storage-Box kostet. Und ich denke, ich werde dann Wasabi jetzt zeitnah kündigen. Jetzt ist der Parallelbetrieb zu Ende. Ja, ich denke, ich werde jetzt auf die Storage-Box setzen und gut ist. Ja, ist aber okay. Also, da hast du, da hast du ja einen fast lokalen Zugriff. Ja. Die Rechenzentren sind zumindest in Deutschland bei Hetzlar. Und ich kriege dann wahrscheinlich, also gehe ich jetzt von aus, eine deutsche Rechnung mit ausgewiesener Mehrwertsteuer. Dann habe ich auch keine Probleme, das zu verbuchen. Und ja, schauen wir mal. Sehr schön. Gut. Gut, wir haben noch ein Thema, was ich mal hier ansprechen wollte, weil es ja tatsächlich, ja, weil, also ich muss, ich muss anders anfangen. Fotografie hat viele Facetten. Sie zeigt uns ja Momente, sie lässt uns Momente festhalten. Wir nutzen Fotografie, um Geschichten zu erzählen. Aber die Frage, und die stellte sich kürzlich in The Future of Photography, in diesem anderen Podcast, den ich mache, war, machen wir das nur zum persönlichen Wohlgefühl oder machen wir das, um es auch mit anderen zu teilen? Also wir hatten, wir hatten so eine Diskussion, wir machen den ja zu dritt, Adrian, Jeremiah und ich. Und Jeremiah und ich haben so ein bisschen diskutiert, da ging es eher so um die Apple Vision Pro und dass das ja so ein eher einsames Erlebnis ist da drin, weil du mit anderen nicht teilen kannst und so. Und dann sind wir da von irgendwie auf Fotografie gekommen. Und dann war plötzlich relativ klar, dass es so ganz unterschiedliche Ansätze zu dem Thema gibt. Also welchem Zweck dient denn die Fotografie? Und Adrian war völlig, völlig, also der war, der war völlig, ja, das ist, das ist was zum Teilen, das willst du mit anderen erleben und auch die Fotos natürlich und so weiter. Während dann Jeremiah und ich so sagten, ja, nicht unbedingt, ne, was, also für mich ist, wenn ich fotografieren gehe, kann es sowohl als auch sein. Also ein Fotowalk ist total klasse mit anderen, aber alleine mit der Kamera unterwegs sein, alle Zeit der Welt haben und so, ist ja eine ganz andere Geschichte. Und die kann natürlich auch völlig anders pro, je Person sein, ne, also wenn, wenn du sowas für dich selber machst, ne, dann, dann ist halt der Prozess des Sehens oder des Komponierens und Festhaltens, das kann eine sehr persönliche, sehr erfüllende Geschichte sein, die du völlig für dich selber haben kannst. Und die Frage ist halt, brauchst du da jetzt beim Fotografieren auch gleich die Bestätigung, Wertschätzung anderer Menschen oder ist das für dich eher so ein meditativer Akt? Für mich persönlich. Also ich frage jetzt mal dich, ne, aber ich frage jetzt alle, ne, die hier zuhören, das ist auch so eine Sache. Wir haben ja Zeit. Wir haben, wir haben auch happyshooting.de slash high, also das ist auch so ein Diskussionsthema. Ja, ja, also es ist bei mir tatsächlich so, dass ich sehr gerne alleine losgehe zum Fotografieren und wenn ich alleine losgehe zum Fotografieren, eigentlich das Fotografieren nur der Impulsgeber ist, um mir die Welt anzugucken oder meine Umgebung zu erkunden. Also oft genug gehe ich auch mit der Kamera los und mache gar kein einziges Foto, sondern bin einfach eigentlich nur spazieren gegangen oder habe, manchmal stehe ich auch einfach nur da oder setze mich auf eine Bank und gucke einfach nur in die Landschaft, so, weißt du, und denke irgendwie über Dinge nach. Das passiert auch, aber das würde ich nicht tun, wenn ich ohne Kamera losgegangen wäre. Das ist irgendwie ganz verrückt. Und manchmal mache ich auch Fotos, also egal ob jetzt mit dem Smartphone oder mit der Kamera, mache dann Fotos von völlig belanglosen Dingen vermeintlich. Also die Parkbank mit einem Baum oder einem Grashalm oder einem Blümchen, was mir gerade aufgefallen ist oder vom Weidezaun irgendwie ein Haken, der irgendwie nicht richtig eingehängt ist oder sowas. Dann versuche ich das irgendwie zu komponieren, mache ein Bild. Das Foto gibt wahrscheinlich niemandem außer mir irgendwas und mir gibt es aber eine Erinnerung an diesen konkreten Tag oder an diesen Ausflug oder an eine Kombination von Dingen, die ich gesehen oder erlebt habe. Das ist so schwer zu beschreiben, aber es beruhigt mich. Also es bringt mir meinen Puls runter, beruhigt meinen Ohrenpfeifen und so. Also das ist für mich sehr, sehr angenehm. Also persönliche Dokumentation so ein bisschen auch? So ein bisschen auch, ja. Also ich behalte die Bilder dann auch gerne, gerade wenn ich sie mit dem Smartphone gemacht habe, dann sehe ich sie ja regelmäßig so in den Jahresrückblicken und so weiter. Dann tauchen da so ganz banale Bilder auf, aber für mich sind die dann halt beruhigend. Und auch in Lightroom ist es oft so, dass ich dann Bilder importiere von der Speicherkarte und die kriegen keinen Pick, die kriegen keinen Stern, die werden oft nur irgendwie Standard bearbeitet, mein Standardlook oben drüber, falls überhaupt, und liegen da. Und wenn ich dann mal wieder Bilder suche, dann stolper ich immer wieder drüber und dann freue ich mich, dass ich sie habe. Das ist irgendwie, aber ich bräuchte sie niemandem zeigen, sagen, guck mal, was für ein tolles Bild, weil die will mich alle angucken und sagen, aber sonst geht es dir gut. Es gibt aber diese andere Facette auch, wenn ich zum Beispiel mit Tanja unterwegs bin oder zusammen mit Tanja und unseren Freunden unterwegs bin und wir einen Ausflug irgendwo hin machen, im Steinway Park zum Beispiel sind wir spazieren gegangen. Und dann waren wir da zu viert unterwegs, hatten die Kameras dabei und da haben wir auch Fotos gemacht und dann hatten wir aber gemeinsam Fotos gemacht. Also dann hat einer von uns... Das war dann ein Fotowalk quasi. Sozusagen, aber eigentlich gar nicht mit dem Ziel, Fotos zu machen, sondern Ziel ist es halt, einen gemeinsamen Ausflug zu machen. Aber dann ist es eben so, dass einer oder einer von uns dann eben Dinge sieht und ach, guck mal da, schau mal. Und dann wird ein Foto gemacht und dann diskutiert man noch, ach, vielleicht lieber von der Seite oder kannst du mal hier einen Schatten machen, damit das nicht so überstrahlt oder so. Und dann erarbeitet man sich und das ist mal, das klingt jetzt alles so auffällig, aber das sind manchmal Sachen, die dauern irgendwie 30 Sekunden und dann gehst du weiter. Aber du arbeitest dann gemeinsam an einem Bild und hast dann Spaß daran, dieses Motiv, was du gefunden hast, zu sehen. Oder jemand sagt, guck mal hier ganz... Vielleicht auch hinterher vergleichen, ne? Ganz witziger Schmetterling und dann plötzlich bleiben alle gemeinsam stehen. Keiner hetzt weiter und alle stehen jetzt einfach wirklich 10 Minuten, 15 Minuten an diesem Platz. Und wir warten nur, dass der Schmetterling wiederkommt und sich auf irgendeine Blüte vor uns setzt. Und das ist einfach so dieses gemeinschaftliche Gefühl, so wie zusammenbacken oder so. Dann geht es gar nicht so sehr um den Kuchen, sondern um das Machen. Und so ist das auch. Und wie du sagst, dann vergleichst du natürlich hinterher Fotos. Hier, guck mal auf der Kamera. Ach, guck mal, ach, guck mal, da hast du es von weiter oben. Das ist ja gar nicht schlecht und so. Aber das sind beides ganz unterschiedliche Motivationen und ganz unterschiedliche Gefühle, die ich dabei habe. Ich erinnere mich zum Beispiel an letztes Frühjahr. Wir haben draußen an der Villa, haben wir so ein Bienenhotel hängen an der Wand. Und das ist so auf Kopfhöhe, ne? Kannst da so davor stehen und quasi den beim Rein- und Rausfliegen und beim Basteln zugucken. Und da habe ich mich da oft mit der Kamera einfach mal eine halbe Stunde hingestellt und beobachtet. Und erst mal nur beobachtet und guckt, was machen die eigentlich und wie kriege ich da jetzt ein gutes Bild raus. Also das war tatsächlich so ein sehr meditativer Akt mit der Auseinandersetzung mit der Umgebung und diesem Gegenstand. Ja, meditativ trifft es ganz gut. Und jetzt kommen wir zum zweiten Teil und das ist jetzt das Teilen. Also wir haben jetzt die Bilder. Also das war auch Teil unserer Diskussion auf The Future of Photography. Und was sind dann die Aspekte daran? Also du sagst schon, du willst, du musst nicht unbedingt deine Bilder teilen, ne? Du kannst auch welche einfach nur für dich machen. Aber du hast natürlich, du hast natürlich was vom Teilen. Also durch die Kommunikation kannst du natürlich auch so eine Verbindung schaffen mit anderen. Und das Bild in irgendeiner Form natürlich verstärken. Ermöglichst damit einen Austausch von Ideen. Kannst vielleicht bei anderen auch Emotionen wecken. Das ist ja ein zentrales Thema bei der Fotografie. Geschichten erzählen, die andere ansprechen. Bis hin zum sozialen Wandel irgendwie oder dem zumindest was beitragen, ne? Weil Fotografie an der Stelle natürlich auch ein wichtiges Thema ist. Also das sind so Sachen, die beschäftigen mich dann doch immer wieder. Das werde ich auch, diese Thematik werden wir mit Sicherheit auch nochmal dann auf Klostergeister mitnehmen. Weil ich glaube, wir haben so in den letzten Jahren da so ein bisschen diesen emotionalen Teil der Fotografie ein bisschen vernachlässigt. Wir können mal noch was machen. Mit Sicherheit, ja. Es gibt da verschiedene Sichtweisen natürlich. Klar. Ich habe ja gerade vor ein paar Tagen, hatte ich bei Mastodon ein paar Fotos geteilt von einem Ausflug. Das ist wahrscheinlich interessant, aber es kam halt jetzt nicht so viel Feedback. Also da kommt dann halt mal ein Sternchen dran oder sowas. Und dann ist auch gut. Jetzt ist meine Reichweite da auf Mastodon auch endlich. Hätte mich mal interessiert, wie die Wahrnehmung ist. Weil ich glaube, dass es verhältnismäßig banale Aufnahmen eigentlich sind, die ich unterwegs gemacht habe. Für mich haben diese Aufnahmen aber einen ganz anderen Background. Weil das war ein Ausflug, den ich mit meinen Schwestern gemacht habe und mit meinem Vater, der nämlich jetzt ins Pflegeheim gekommen ist, der hier in Göttingen ist. Und der zum ersten Mal rausgekommen ist aus dem Pflegeheim, nachdem er da jetzt zwar noch kein Monat da, aber fühlt sich halt trotzdem schon sehr eingesperrt. Und er ist mal rausgekommen und wir haben ihn halt im Rollstuhl um den Kiessee quasi mal gerollt an einem schönen Wetter und haben uns einfach mal die Landschaft angeguckt und den anderen beim Toben und Spielen zugeguckt. Da bekommt dann die Fotografie nochmal eine ganz andere Bedeutung. Und ich habe natürlich auch Bilder mit uns da drauf, das ist ganz klar, aber das teile ich dann halt nicht öffentlich. Aber so die Bilder, die auch so am Rande entstanden sind, weil ich halt auf Dinge geachtet habe, auf die ich sonst nicht so geachtet habe, das weckt dann in mir wieder Erinnerungen an diesen gemeinsamen Familienausflug. Und das ist halt was sehr, sehr Schönes. Und andere Leute sehen da drin natürlich womöglich einfach nur ein sehr banales Foto von einem Kiessee. Du hast halt Ebenen, das ist die visuelle Ebene, aber dann hast du natürlich den ganzen Ballast, was denn du mitschleppst? Das Bild hat ja für dich nochmal was ganz anderes, weil du halt, ich sage mal, du hast einen Rucksack auf mit allen möglichen Sachen drin und die sind natürlich für das Bild auch maßgeblich, was dann dein Empfinden angeht. Nun gut. Ja, nee, lass mal einfach mal so stehen. Zu dem Thema übrigens, Bernd fragt hier Mastodon und Pixelfet, wie wir es mit dem Account halten, gleicher oder unterschiedlicher? Unterschiedlicher Account. Meines Wissens geht nur unterschiedlicher, außer deine Instanz ist selbst auch ein Pixelfet-Instanz. Du musst auf einer Pixelfet-Instanz auch einen eigenen Account anlegen. Genau, sonst geht es nämlich gar nicht. Aber da der bei mir… Zwangsläufig ein eigener. Ich habe noch gar keinen, aber du hast ja einen eigenen dafür gemacht. Da der bei mir überall Chris Marquardt heißt, bin ich auch findbar. Genau. Also zu diesem Thema fotografieren einsam oder mit anderen, das… Ich verlinke mal in den Shownotes die Folge The Future of Photography, wo wir das ziemlich ausführlich diskutiert haben, das Thema. Das fand ich total spannend. Und ja, das lassen wir mal so. Meldet euch, happyshooting.de slash hi. Jawohl. Dann kommen wir jetzt zu den Terminen. Und da gibt es tatsächlich, ich glaube, gibt es zwei Termine. Den einen hat uns Ralf Menzel reingetan. Der ewige Körper, zwei Perspektiven vom 31.03. bis zum 20.05. diesen Jahres in der Galerie Falkenbrunnen in Dresden. Am 21.03. laden wir alle kunst- und fotografisch Interessierten zu einer Midissage ein. Was immer auch eine Midissage, ich kenne nur Vernissage. Egal, es geht um Körper und Perspektiven, Kontexte der Kunst, beziehungsweise um das, was KünstlerInnen im Blick haben. Zwei Fotografen haben sich dem Thema mit unterschiedlichen Ansätzen genähert. Und Winfried Melzer, der ist 2017 gestorben, hat sich während seiner Schaffensperiode der puristischen Fotografie verschrieben, während Fly Ralf Menzel verschiedene Techniken nutzt, um seine Motivideen umzusetzen. Link ist in den Shownotes. Und dann haben wir noch von unserem Chefkorrespondenten dieses hier. Du musst jetzt auf den Knopf drücken. Ja, ich habe gerade noch gelesen, Midissage ist in der Mitte der Ausstellung. Eine Midissage? Okay. Jetzt im März hatte ich endlich die Gelegenheit, die Fotoausstellung La Vie de Bloque, des hier in Deutschland noch unbekannten Fotografen Jean-Michel Landon in Mannheim zu besuchen. Absolut eindrucksvolle und hochwertigste Schwarz-Weiß-Aufnahmen. Aus den Vorstädten von Paris. Wir berichteten bereits hier in Happy Shooting. Die Ausstellung wurde nun verlängert und ist bis zum 30.06.2024 im Raum für Fotografie im Reißengelhorn Museum in Mannheim zu sehen. Jean-Michel Landon, Sozialarbeiter und Autodidakt, ist ein echter Meister der Streetfotografie. Die Bilder werden mich weiterhin begleiten, auch als Sozialarbeiter und Gelegenheitsfotograf. Die Ausstellung ist unheimlich gut aufgemacht. Allein der Blick auf alle Mitwirkenden sagt alles. Es gibt einen Gesamtleiter, einen Projektleiter, eine Kuratorin, einen Ausstellungstexter und Übersetzer, Ausstellungsmanagement und Ausstellungsaufbau, Lichtgestaltung, Museumsvermittlung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungsmanagement, Finanzen und Controlling, Führungsorganisationen und Besucherdienst und Ausstellungsgrafik. Uff! Und das Ganze für 9 Euro. So schaut's aus. So schaut's aus. Danke, Jürgen. Und da der Termin ja eigentlich am 4.2. abgelaufen war, habe ich den jetzt nochmal in die Shownotes getan mit der Bitte an Rainer, der unseren Kalender pflegt, das vielleicht auch nochmal kurz mit, mit reinzunehmen, dass die Verlängerung quasi auch noch, äh, Ding ist. Weiß ich nicht, hat Jürgen gesagt, wie lang die noch geht? Die ist also nochmal reinhören. Ich guck gerade auf der Website nach. Ich hab kein Transkript. Äh, gut. Wir, wir, wir kriegen's irgendwie hin. 30.06. 30.06. Alles klar. Dann werden wir das nämlich dann updaten, damit das auch tatsächlich in der Datenbank landet. Super. Ähm, danke, Jürgen. Sehr schön. Sehr geil. Dann waren das die Termine. Solltet ihr auch Termine haben, dann kommt auf happyshooting.de slash Kalender. Da gibt es einmal den Kalender, auf dem ihr per Klick alle aktuellen Termine für diesen Termin raussuchen könnt. Natürlich auch in die Zukunft entsprechend. Oder wenn ihr einen neuen Termin hier eintragen wollt, gibt's hier rechts davon einen grünen Knopf und dann freuen wir uns über eure Termine. Was wir auch haben, ist eine neue Aufgabe. Denn die aktuelle Story-Aufgabe, die HSB-Story, die läuft jetzt noch bis zum 28. März. Also wenn ihr das jetzt am Donnerstag hört, läuft sie quasi aus. Und die neue Aufgabe läuft dann ab dem 28. März bis zum 11. April und heißt sozial mit dem Tag HSB sozial. Bedeutet also, dass sie im Zeitraum vom 28. März bis zum 11. April, habe ich hoffentlich gesagt, bis zum 11. April losgeht. Ein neues Foto macht zum Thema sozial. Das Ganze bei Flickr hochladet, dort in die Happy-Shooting-Gruppe stellt und den Tag HSB sozial vergebt. Ja. Wunderbar. Und aktuell läuft noch was? Ja, die Story-Aufgabe. Die Story-Aufgabe. Sehr schön. Gut. Herrlich. Dann hätten wir es. Wir freuen uns auf euer zahlreiches Feedback zu allen Themen, die wir hier besprochen haben. War geiles Zeug dabei. Also heute ein paar brenzlige Sachen dabei. Außerdem, wie gesagt, in eigener Sache, der Podcast-Cluster-Soundlab-Workshop. Jetzt zählt's. Bis Mitte April spätestens anmelden, sonst ist der in Gefahr. Gut, dann würde ich sagen, wir haben es mal wieder geschafft. Nächste Woche könnte möglicherweise eine Verschiebung oder sogar ein Ausfall nötig sein, weil ich da einen familiären Termin habe, den ich nicht verschieben kann. Das werden wir dann aber an den üblichen Kanälen nochmal Bescheid geben. Ansonsten wünschen wir euch was und bis die Tage. Macht es gut. Dann schreibt mal fleißig. Drei, zwei, eins. Happy shooting.